Ich hoffe, wir sind live. So, dann hoffe ich, wir sind live mit einem etwas seltsamen Workshop. Warum ist der seltsam? Der ist seltsam, weil ich ihn zum zweiten Mal mache. Und hier nicht. Ich habe heute eine Stunde Workshop aufgezeichnet auf unserer lieben Videokamera und sie mag den Film nicht hergeben. Sprich, die Karte ist mal wieder irgendwie kaputt gegangen, lässt sich nicht auslesen, die Kamera schickt aber das Ding auch nicht durch Verbindungskabel. Und jetzt habe ich also eine Stunde lang einen Workshop gemacht und mache ihn quasi dann nochmal. Was mich immer so ein bisschen stresst, weil ich dann hier die ganzen Folien habe und dann muss ich mich daran erinnern, wie war das jetzt und was wollte ich damit sagen und mache ich nicht besser oder schlechter als vorher. Und ach, scheiß drauf, jeder Workshop ist anders. Ich lasse mich davon jetzt nicht stressen. Das heißt, wir haben heute zwei Workshop-Themen, also Anfragen gehabt. Einen vom Käpt'n, der Käpt'n möchte gerne Wasser haben, hat aber auch gesagt, bitte nur, wenn keine anderen Anfragen sind. Und deswegen kommt der Käpt'n in der zweiten Stunde dran. In der ersten Stunde haben wir eine Anfrage gehabt, die den Käpt'n allerdings auch betrifft. Nämlich bezüglich Kopfbedeckungen, speziell Hüte. Und da kann man viel Quatsch machen und ich werde versuchen, euch das heute so beizubringen, speziell mit dem Hinweis auf so Piratenhüte und so, dass wir die Hüte besser auf den Kopf kriegen. Und deswegen heißt unser heutiger Workshop, es macht immer Hut-Hut. Immer nur Hut-Hut. Und ich werde mal ganz kurz noch was ändern hier am Vorhang, damit es nicht gar so hell ist. Es ist irgendwie die Bildqualität gerade wieder so. So, ich hoffe, das hilft was. Jetzt ist es dunkler, oder? Nicht wirklich. Nicht wirklich? Nö. Na gut, dann müssen wir jetzt einfach damit leben. Das Schlimmste daran ist, ich hatte ganz viel mit verschiedenen Farben gearbeitet und Vorzeichnungen und so. Und das klappt alles jetzt nicht mehr, weil man das auf dem Screen nicht so gut sieht. Das heißt, ich werde einfach alles dann... Ich finde es besser. Was? Live? Jetzt gerade. Ah, okay. Ja, ich denke auch, hier gerade eben oben noch zuzumachen, hat jetzt auch noch was gebracht. Also dunkler kriegen wir es nicht. Es ist ein strahlender Sonnentag. Besser ist das jetzt, kann ich es nicht dunkel kriegen. Südseite und so. Im Gegensatz zu einem guten Weinen ist ein Workshop etwas, das auf der Südseite nicht so gut gelingt. Und manchmal wünschte ich, wir hätten ein Fenster nach Norden raus. So. Für normales Zeichnen ist das aber das Beste, was man kriegen kann. Südlicht ist etwas, wonach sich ganz viele Leute die Finger ablecken. Und von daher bin ich in unserem kleinen Atelier nach wie vor zufrieden. So. Hüte. Also. Warum fange ich überhaupt von Hüten an? Ich werde jetzt einfach versuchen, diesen Workshop ein bisschen anders zu machen, als der, den ich vorhin gemacht habe. Den fand ich zwar super, aber ich kriege es eh nicht so hin. Vielleicht kann ich den Film mir noch retten. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wenn ich ihn gerettet kriege, stelle ich ihn dann auf jeden Fall irgendwann online. Und dann kann man vergleichen, welcher Workshop besser war. Aber ich habe keine Lust, das jetzt nochmal neu zu machen. Was ich vorhin nicht gezeigt hatte im Workshop, sind die klassischen Federchen, die so passieren, wenn Leute Hüte machen. Und vielleicht merkt der eine oder andere von euch, ich weiß ja auch gar nicht, wie viele wir überhaupt sind. Ist außer dem Käpt'n dann jemand on? Nein, noch nicht. Im Moment ist noch niemand on außer dem Käpt'n. Und dann kann ich dem Käpt'n kurz erklären, was an dem Haar-Build, das wir vom Käpt'n gekriegt haben, nicht so geklappt hat. Nur habe ich den USB-Stick nicht drin, aber ich mache es einfach aus der Erinnerung. Ist auch kein Problem. Ich müsste es aber hier noch auf dem anderen Rechner haben, oder? Nein, den habe ich nicht. Den habe ich ja von dir gekriegt. Ah, okay. Ich habe gerade keine Ahnung, wo der Stick ist, aber ich kann es trotzdem zeigen, was passiert ist. Grob aus der Erinnerung, und das ist etwas, was vielen Leuten passiert. Man nehme einen Kopf, man nehme eine Krempe, und dann zeichne man oben den Korpus. Hüte ohne Krempe gibt es. Hüte ohne Korpus weigere ich mich, Hut zu nennen. Also so eine Kappe, wie sie so Koupiers in Las Vegas tragen, die hier vorne nur so einen durchsichtigen Schild hat, oder Tennisspieler, bei denen ist das Ding dann undurchsichtig und dient nur als Sonnenschutz, und dafür kriegen sie dann auf der Kopfhaut oben irgendwie Sonnenbrand. Ist kein Hut. Das da, nicht Hut. Das da, Hut. Und sowas hier zur Not, auch noch Hut. Wer mal den Film gesehen hat, der einzige Zeuge mit Harrison Ford, da kriegt Harrison Ford einen Melkhut aufgesetzt, der ist im Wesentlichen ein Strohhut, wie wir sie aus den 20er Jahren kennen, oder auch von dem Komiker Harold Lloyd. In Deutschland waren die in den 1920er Jahren mega beliebt, und nannten sich Kreissägen. Und der Melkhut, damit er nicht versehentlich mit der Krempe die Kuh trifft und die Kuh nach ihm ausschlägt, ist derselbe Hut. Aus Stroh, aber ohne Krempe. Sieht mega lustig an ihm aus, aber auch Pagen und sowas in Hotels tragen solche Hüte. Da sind dann meistens noch so Knöpfe an den Seiten oder so dran. Also, Hüte ohne Krempe gibt es. So, in diesem Fall, den ich oben gezeichnet habe, hat die Krempe einen riesen Nachteil. Sie hat nämlich den Blick darauf verstellt, wie der Hut eigentlich funktioniert. Und daran merkt man dann immer, wer die Leute sind, die Hüte sammeln oder halt nicht. Ich zeige euch mal, wo das Problem ist, indem ich den Kopf fertig einzeichne. Und mal zeige, wo der Korpus hinläuft, wenn wir die Krempe wegmachen. So. Und dann stellen wir fest, was mit diesem Hut tatsächlich passieren würde. Und das ist, wie gesagt, etwas, was vielen Leuten nicht auffällt. Ich habe das aber auch schon in ganz anderen Kontexten gesehen. Und wer mich noch kennt aus der Zeit, als ich obdachlos war und meinen alten braunen Hut, der weiß, was passiert, wenn der Hut so viel zu groß ist. Der bleibt nämlich nicht da oben hängen, sondern dieser Hut fällt dann runter. Weil was hält ihn denn oben? Nichts hält ihn oben. Ist ja nichts da, was den Hut da oben halten könnte. Es wäre nochmal was anderes bei Bauarbeiterhelmen. Ja. So. Also ist der Hut dann quasi hier unten und verdeckt die Augen. Und deswegen klappt es nicht. Wie klappt es richtig? Der Richtig Klappentut ist damit, dass wir verstehen, dass ein Hut eine Verlängerung des Kopfes ist. Ich hoffe, man kann das in einer anderen Farbe, also sehen, dass das in einer anderen Farbe ist. Ich werde mal versuchen, das noch so ein bisschen hinzukriegen, indem ich noch etwas helleres reinmale und so. Das merkt man nicht, oder? Muss man sich aufs Sees noch nicht messen. Okay. Ja, aber da ist es noch nicht so hell wie heute. Heute ist es wirklich extrem hell. Und vielleicht wird es ja nachher ein bisschen dunkler. So. Also. Der Korpus sitzt auf dem Hut, äh, auf dem Hut, ja genau, sitzt auf dem Kopf drauf und muss genauso breit sein wie der Kopf selber. Deswegen ist auch die Hutgröße so wichtig. Ich kann es jetzt mit orange spielen. Mit was? Orange. Orange. Ich kann es mal versuchen. Brauche ich viel besser, ne? So. Also. Irgendwas wird man schon sehen können. Gut. Also, ob rund oder eckig oder wie auch immer, wir kommen nachher dazu, was es für verschiedene Hutkorpus-Typen gibt. In der Regel habt ihr einen Hut, der sitzt genau so drauf. Gibt es Damenhüte, die größer sind? Ja. Besser mit orange? Besser. Besser mit orange? Alles klar. Gut. Es gibt Hüte, die sind tatsächlich absichtlich größer. Äh, die sitzen dann quasi aber wie ein Regenschirm über den Haaren und werden mit Hutnadeln da gehalten. Und das war das Problem mit meinem Hut damals. Der war eigentlich ein Damenhut, aber ich hatte keine Haare mehr, um irgendwie mit der Hutnadel das Ding in meinen Haaren zu verankern. Ähm, und deswegen war halt der Hut ein bisschen zu groß. Das war aber okay, damit sah ich aus wie eben Patterson aus Patterson und Findus und ich schätze diesen Hut immer noch sehr, ähm, für das, was er war, auch wenn ich ihn momentan nicht trage. So. Das heißt, dass also auch ein Piratenhut eben seine Beule direkt über den Kopf hat und nicht rechts oder links davon und man darauf am besten aufpasst, während man die Figur zeichnet. Nun haben wir ja immer die Einteilung des Kopfes in Drittel und das hier zum Beispiel ist jetzt ein Hut, der sitzt ein bisschen sehr tief. Ich werde ihn mal ein bisschen höher ziehen, weil er normalerweise nicht ganz so knapp über den Augenbrauen liegt, aber hier so. Und das Wichtige an den Hüten ist, dass der Korpus quasi immer parallel zur Augenbrauenlinie verläuft, mehr oder weniger, kann man hinten im Nacken ein bisschen weiter nach hinten rutschen oder so, aber als grobe Orientierung ist also hier die Linie parallel zu der der Augen. Und das bedeutet, wenn wir den Kopf irgendwie drehen, machen wir mal schräg unten oder so, dann ist auch sofort klar, wie der Hut sich mitdreht, sobald ich die Sichtlinien habe. alles klar, gut, dann machen wir das in hell. So, das heißt, ich kann jetzt den Hut hier oben draufsetzen und wenn der Hut nur eine runde Kappe ist, dann ist das mega einfach, den also einzuzeichnen. aber es ist immer noch nur Donnie, oder? Ja. Der Käpt'n ist da. Der Käpt'n rettet uns den Tag. Wenn irgendwann später hier noch jemand einschaltet, werden wir mal sehen, ob es noch weitere Wünsche an Workshops gibt. Wir sehen mal. was gibt's noch Neues, was ich noch sagen wollte. Ach ja, mit der Eröffnung der Spielplätze überlegen wir, ob wir hier im Westpark, da gibt's so ein kleines Amphitheater, mal eine Testrunde machen. Wie viele Leute kämen, wenn wir Bock dort an der frischen Luft bei gutem Wetter mal probieren, weil wir da Abstände von 1,50 Meter nämlich aushalten können. einen Clipchart kriege ich auch noch irgendwie organisiert. Und vielleicht greift mir die Laufkundschaft ab, was weiß ich, keine Ahnung. Also das würden wir mal probieren wollen, hat aber halt den Nachteil für diejenigen, die von weiter weg kommen, dass wir dann nicht gleichzeitig gut streamen können. Wir könnten versuchen, ihn aufzunehmen auf Kamera, aber das hängt jetzt alles davon ab, ob wir die Kamera wieder zum Laufen kriegen. Und deswegen stresst mich, ob das mit einer Kamera eben ausgefallen ist und ich diesen Workshop alles umsonst aufgenommen habe. So, okay, also jetzt sitzt der Korpus da oben drauf und jetzt schauen wir uns mal an, was noch eben so eine typische Fehler ist, gerade in den Schräg-unten Ansichten. Donnie schreibt, er kann uns auch nicht hängen lassen. Ja, Donnie muss uns auch gar nicht hängen lassen, aber Donnie muss unter Umständen arbeiten, noch. Und solange es noch Arbeit hat, sollte jeder die Arbeit nehmen, die man kriegen kann. Donnie bedenkt übrigens mit eifrig darüber nach, was es für Arbeiten gibt, die man abends machen kann. Nicht, dass du glaubst, wir nehmen keinen Anteil. Wir werden mal sehen, ob uns was einfällt. Sobald ich was erfahre, kriegst du es mit. So. Okay. Und was ist jetzt also Leuten passiert schon. Klassischerweise ist Leuten passiert, dass sie jetzt hier oben drüber den Hut einzeichnen, als hätte er überhaupt keinen Kontakt mit dem Kopf. Und das heißt, dass dann die Krempe irgendwo hier so liegt. Und dann werden da sogar noch Schatten eingezeichnet und dann schwebt der Hut. Das betrifft jetzt zum Beispiel nicht Anke. Der Hut von ihrem Freund aus ihren Zeichnungen schwebt ja absichtlich. Aber diese Hüte sind nicht dafür gedacht zu schweben und tun und tun dann trotzdem und dann ist meistens noch dazu der Korpus irgendwie da oben drauf. So, und jetzt schauen wir uns an, was hier alles falsch ist. Ich habe hier ein Loch und der Korpus muss auf dem Loch stehen, aber er tut es nicht. Der Korpus steht irgendwo im Nichts, wenn man ihn verlängert. Das heißt, der passt nicht mal da drauf und das Loch ist zu groß und jetzt ist die Frage, woran hält dann eigentlich der Hut? Das heißt, wenn wir uns diesen Hut jetzt mal bezeichnet an der Seite anschauen, dann sieht dieser Hut so aus, dass er irgendwie hier eine Krempe hat und da drin in der Mitte ist irgendwie ein Loch. Und dieses Loch ist so groß, dass der menschliche Kopf da drin schwebt. So. Und ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Es ist sicher irgendein Science Fiction Ding, aber es ist kein Hut. Das sind also die typischen Dinge, die Leuten gerne passieren. Wie würde ich gerne beseitigen. So, das ist natürlich Teil des heutigen Workshops und deswegen habe ich ein paar Köpfe hergerichtet und wir können schauen, was wir da jetzt machen müssen, um den Hut vernünftig aufzusetzen. Also, Schritt 1, Korpus drauf. Wir fangen mit runden Korpusen an, aber bitte auf einer eigenen Ebene, Sama. So, der Korpus ist solche, ist nicht immer rund, aber der klassische ist erstmal rund. Das liegt daran, dass Rohhüte, wenn sie gebastelt werden, aus einer Filzplatte mit einer Kuppel in der Mitte bestehen. Das heißt, so ein klassischer Schlapphut besteht eben genau daraus, dass er parallel zum Ansatz also hier so der Linie auf der Stirn eine Scheibe drum rum hat. Dabei müssen wir bitte daran denken, dass der Abstand hier vorne, ich mache den mal orange rein, dieser Abstand hier kleiner ist als die Abstände an den Seiten. Das ist natürlich nur eine optische Täuschung, aber wegen der perspektivischen Verkürzung ist das und hinten der kürzere Abstand und an den Seiten scheint der Hut breiter zu sein, also es entsteht ein Ei, das ist ja auch ganz nützlich für uns. Eier sind hier immer leichter zu zeichnen. Mit den Farben sieht es gut aus. Mit den Farben sieht es gut aus? Okay, das sind die, die sonst nicht zu sehen sind, aber heute ist offensichtlich alles anders. Das Leben will mich heute ein bisschen auf den Arm nehmen. Wer 2005 dabei war, als wir die Zen-Veranstaltung gemacht haben, Nothing is left for you at this moment but to laugh. Die bleibt in Momenten wie diesem hier gar nichts übrig, außer das Lachen, weil man alles andere verliert. Den Humor kann man nicht wirklich verlieren. Lachen ist ja eine Reaktion auf unerwartete Dinge und ich habe es heute echt nicht kommen sehen. Das was ich habe kommen sehen ist es wird wieder gar keinen Workshop geben, weil jetzt kann ich keine Kamera mehr, aber ich kann auch nicht streamen, aber wie man sieht, heute funktioniert der Stream, ist ja auch kein Feiertag. Hoffen wir einfach, dass es so bleibt, weil wenn jetzt irgendwann der Stream wegbricht, weiß ich wirklich nicht mehr, was ich heute noch machen soll und dann ist es mir auch wurscht. So, gut, also, das ist der Grundkorpus von allen Hüten, wie der Hutmacher sie früher gekriegt hat und die Hutmacher die es gibt, sie auch noch kriegen. Hallo Paula, grüß dich. Das macht gar nichts, dass Paula ein bisschen spät kommt. Wir fangen ja gerade erst wirklich mit Hüten an. Ich habe vorhin erklärt, was man falsch machen kann. Jetzt kommst du gerade rechtzeitig um zu hören, was man richtig machen kann. und Louis ist da. Hi Louis, grüß dich. So, also, was ich vorhin schon erklärt habe, wir machen heute Hüte und ich habe diesen Workshop schon mal gehalten heute vor einer Kamera, die sich dann geweigert hat, das aufzunehmen oder respektive sie hat es aufgenommen und ich kann es auf der Kamera anschauen aber ich kriege den Film von der Kamera nicht mehr runter zur maximale Verarschung. So, gut, schauen wir uns an, wie das von der Seite aussieht. Von der Seite ist es normalerweise so, dass wir in der Tat den Hut ein bisschen hinter ins Genick ziehen. Danke, du bist nicht mehr best für dich. Jo, danke schön für die Grüße. So, der Hund, den ich jetzt hier quasi gemacht habe, wäre so eine Art Priesterhuhl. So, die, bei denen die Krempe gar nicht nach unten runterhängt, aber auch nicht nach oben rauf steht. Woran erkenne ich es? Wichtig zum Erkennen davon ist, ich zeige das mal kurz mit einem schwarzen Pfeil auf einer eigenen Ebene. diese Überschneidung hier, ich zoome mal rein. So, vor und hintereinander verrät uns hier immer was. Und dieses hintereinander, der Krempel hier, verrät uns, dass das kein Schlapphut ist, bei dem die Krempel runterhängt. Wir werden uns Schlapphüte gleich nachher ansehen, was da passiert. Aber zunächst einmal, also die Trennung in Korpus und Krempel. So, die ist mega wichtig zum Verständnis. Gut. Also, das ist der Rohhut, von dem alle Hüte ausgehen. Im Mittelalter wurden fast dieselben Hüte auch aus Metall gepresst, heißt sich dann Eisenhut in der Billigfassung und waren so die Schnellmachhelme für die Massenfertigung für die Kanonenfutter Soldaten, die man in die vorderste Front geschickt hat oder oben mal auf die Mauer gestellt hat. Da kamen dann noch ein paar Sachen drauf, um sie stabiler zu machen, aber im Wesentlichen das. Donnie stellt fest, dass das ziemlich ähnlich aussieht, Racken Strüngen ist. Ja, genau. Richtig, also Raffys Strohmut ist auch so und ja, es ist mega einfach zu zeichnen, weil es ja eigentlich nur ist eine Halbkugel und eine Scheibe. Und das heißt, jeder Mensch, der irgendwie zu Hause ein Stück Pappe und eine Orange hat, kann sich ein Modell von so Mut bauen und sich das darin anschauen. Vollkommen richtig. So. Und das Wichtige eben, wie gesagt, Korpus immer so breit wie den tatsächlichen Kopf und deswegen niemals Hüte auf Köpfe zeichnen, ohne den Hut dort zu konstruieren und den Kopf vorher zu konstruieren, weil sonst sieht es halt dann so aus, dass die Dinge nicht passen. Okay. Jetzt kann sich von diesem Rohhut aus alles mögliche ändern. Wir fangen mal mit dem an, was ich gerade vorhin gesagt habe, nämlich dem Schlapphut. Was ist bei dem Schlapphut anders? Gar nicht viel. Was haben wir hier? Achso, kann weg. So. Ich mache mal noch mal einen Korpus drüber. So. Und was sich jetzt ändert ist eigentlich fast gar nichts. Wir nehmen dieselbe Grundkrempe, aber statt dass sie sich überschneidet lasse ich sie hängen, bis sie sich nicht mehr wirklich überschneidet. Und was ich damit erhalte, ist ein Hut, dessen Krempe nach unten runter hängt und wenn wir den Kopf von schräg oben sehen, wie hier, sehe ich dann keine Augen mehr. Die sehe ich auch vorher nicht, aber dann sehe ich jetzt quasi nur noch die Nasenspitze unter dem Hut. Jetzt ist es ein Schlapphut. Das Gleiche können wir auch in der Schreitansicht machen. Korpus oben drauf, Krempe tiefer hängen und quasi nach oben dann nur noch gerade verbinden und jetzt seht ihr, wie die Krempe hier hinten tatsächlich nach unten hängt und in der Seitenansicht ist das dann quasi ein Trapez. So, und das ist nun die tatsächliche Form auch des Eisenhuts, aber sie ist auch die von jedem beliebigen Schlapphut, den ganz häufig passiert, ist dass wir Hüte haben, die modern sitzen und modern heißt in dem Fall die Krempel wird vorne nach unten gezogen aber hinten hoch gestellt und das führt dann zu einer Überschneidung von zwei Dreiecken Das sieht jetzt besser aus als es mir im ersten Workshop gelungen ist wie das halt öfter so ist so das ist eigentlich wie man modernerweise Hüte trägt warum der Korpus oben eckig ist zeige ich euch nachher der wird normalerweise nicht eckig geschnitten sondern er wird gefaltet so dass die optische Illusion von was eckig entsteht aber tatsächlich ist es nicht ganz so aber das ist der klassische Stil wie man Hüte modern trägt und jetzt ist die Frage wie macht sich das dann von vorne und von schräg erkennbar und wie kann ich das unterscheiden nun machen wir erst mal ein Korpus Delicti so und den mache ich jetzt mal so als wäre ein zylinderförmiges Ding auch wenn das nicht ganz stimmt aber dazu kommen wie gesagt nachher noch aber fangen mal damit an so und jetzt ist die vordere krempe nach unten gezogen das heißt von dem blauen her das wir vorhin hatten das ist das hier ok ich habe den Hut jetzt ein bisschen höher gesetzt macht aber nichts packen wir den Hut nochmal an und schieben ungefähr da wo der andere war jetzt habe ich den Kerl unten ins Gesicht gedrückt macht auch nichts so wir nehmen hinten die krempe nach oben also wird die überschneidung höher werden wir nehmen unten die krempe nach unten also ist sie ungefähr hier vielleicht ist sie nicht ganz auf der Höhe vom Schlapphut so und was jetzt passiert ist dass in der Mitte bleibt es ja ungefähr gleich vielleicht ein Stückchen höher als da wo wir vorher waren weil hier wie ihr seht die krempe ja nach oben schon wandert und was jetzt also passiert ist dass das ding eine leichte verformung kriegt und nicht mehr ganz ganz eiförmig sondern quasi von vorne schneller nach hinten läuft und hinten dann etwas breiter also vorne ist es dann stärker gekrümmt als hinten was brauche ich noch da ich eine falte drin habe kriege ich normalerweise so eine andeutung von falte als angedeutete linie so jetzt nehmen wir mal die fünf hier nicht die fünfte hier nehmen wir weg vier zuschauer sind schon juhu hi ihr lieben genau irgendjemand von euch ist uns noch unbekannterweise zugeschaltet lasst gerne von euch im chat auch hören wer ihr seid stellt auch gerne fragen wir haben heute anfragen für zwei workshops das heißt die letzte stunde habe ich noch gar keine ahnung was ich tun soll anfragen wären eine gute sache aber wir werden es ja sehen so und wenn ich die krämpfe an der seite noch ein bisschen stärker hoch haben will dann kann ich das auch tun und dann kriegt das schon fast hinten was waagerechtes und das ist so die Grundidee von dem was man dann sieht und wenn wir das jetzt noch für die schrägansicht wollen so und dann komme ich aber nachher schon gleich zu den piratenhüten weil wir nämlich jetzt anfangen werden die krämpfe krass zu falten und dann ist das in der schrägansicht halt so eine mischung aus den beiden das heißt ich sehe was von dem umgeschlagenen Hut an der seite hier von dem teil der hier so dreieckig aussieht und vorne fällt halt tiefer ins gesicht ganz wichtig ist hier einfach Recherche 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 aber vor allem es bleibt dabei die Hüte sehen richtiger aus wenn der Korpus auf dem Kopf sitzt und nicht irgendwo abseits so und jetzt gehen wir noch mal zurück zum Schlapphut Schlapphut brauche ich nicht ich brauche den Standardhut den hier so und nun gibt es Fälle in denen ist die Krämpfe einfach im Weg das ist zum Beispiel so für Musketenschießen gewesen bei Recherche C gibt der Hut ein super Ziel ab für alle Leute die einfach nur suchen wo ist der Mensch mit dem brennenden Kopf da richten wir jetzt unser Feuer ergo hat man also als erstes angefangen und so kennt ihr auch schon Räuber in einzelnen Filmen und so und in Märchenbüchern man klappt eine Seite hoch und das sieht dann so aus ich versuche das mal einigermaßen richtig hinzukriegen hier dass man hier quasi einen Knick kriegt ich muss mal den Kopf abschalten so und jetzt klappen wir das Ding nach oben hoch und machen es am besten noch mit einem Knopf fest gleich blende ich die blaue Ebene aus dann sieht man es besser so das ist so grundsätzlich das von den Safari Hüten so Wildhüter und so die auch immer noch eben schießen kannst dir einbauen ja Blackbeard wäre zum Beispiel gut beraten was es ja auch gibt sich den vorderen Teil der Krämpfe hochzuklappen ja so das ist also auf einer Seite weggeklappt und diese Seite kann auch die Vorderseite sein das sind dann so Fischerhüte zum Beispiel bei denen wird der vordere Teil der Krämpfe nach oben geklappt ja es gibt doch nicht wie der Rückenleiter erinnert ein bisschen an Blackbeard nur dass der Lund nur mit es klappt so statt und dann den Hut ja so also beim Fischerhut so das gelbe Zeug aus Ölzeug das gibt es hier heute noch ja ist quasi die vordere Krämpfe nach oben geklappt was im Wesentlichen daran liegt dass bei starkem Wind und so die Krämpfe einem nach unten ins Gesicht gedrückt würde wenn man sie nicht aus dem Weg klappt und dann kämpfen wir halt gegen den Sturm indem wir nichts sehen das wäre ja doof also am besten nach oben klappen und leichter festmachen und Problem gelöst so ist auch sehr windschnittig cool also Räuberhut da ist aber dann oft auch der Korpus eckiger zum Beispiel damit das hübscher aussieht oder so aber Korpus Typen schauen wir uns nachher noch an so erst mal krämpende Arbeitung weil wir nämlich bei dem runden Korpus erst mal bleiben können das war jetzt also eine Seite hochgeklappt das ist meistens nicht so attraktiv für die Leute aber den Hut bei dem zwei Klappen hochgeklappt sind den kennt ihr alle schauen wir uns mal an Korpus und ich zeige auch mal so ein bisschen an so die Rückseite wo das Ding ist und wenn ich jetzt die Krempe nehme so das wäre hier so nehmen wir rück mal einen etwas größeren und den werden wir uns gleich aus mehreren Richtungen dann anschauen und ich klappe das jetzt hoch dann würde das ungefähr auf der Linie passieren müssen so ein bisschen so eine Augenform quasi es klappt rechts und links hoch und wird dann so umklappen und jetzt ist also vorne jeweils so ein Wimpel drauf und deswegen wenn ich das nach oben klappe entsteht der Admiralshut oder respektive Napoleonhut von vorne sehe ich da gar nicht viel von vorne sehe ich etwas das aussieht wie ein Orangenschnitt und die Rückseite sehe ich vielleicht ein bisschen irgendwo aber nicht wirklich und wenn also mir die Bemerkung erlaubt ist es gibt verschiedene Typen dieser Hüte es gibt die die darauf geachtet haben dass das Schild vorne ganz gerade bleibt aber so der klassische Piratenhut kriegt quasi noch eine Delle rein wie kommt diese Delle zustande die kommt dadurch zustande dass da hinten immer noch der Korpus im Weg sitzt hier so drin und der Hut quasi drumherum gefaltet wird ich zeige euch auch gleich nachher warum das so ist das sehen wir dann gleich in der Seitenansicht so und dann kann da vorne zum Beispiel ein Totenkopf drauf die Franzosen haben aber viel mehr ihr Symbol dann irgendwo an der Seite drangeklemmt die Tricolore und meistens noch irgendwie so einen kleinen Wimpel oder so das klemmte dann da an der Seite wie mit Zielscheibe mit dem genau dem Hintergrund wenn ich die Zielscheibe da an die Seite mache dann schießen Leute vielleicht drauf und verfehlen dann das Gehirn weil der Kopf ja auf der einen Seite sich davon verbirgt hier dahinter vielleicht ist es das keine Ahnung die Piraten waren der Todesveracht so dann schauen wir uns das mal an wie das auf den Köpfen aussehen wir holen uns mal die Ebene mit den Köpfen wieder her bei dem Kopf von vorne haben wir es gerade eben gesehen jetzt bei dem schrägen Kopf ich konstruiere es immer durch ich beginne an der Stirn und ich suche mir an der Seite zwei kleine Striche von denen aus ich quasi rumfahre Matthias wenn du dieses Video siehst jetzt verstehst du wo Ramrod von Saber Rider und den Starsheriffs sein komisches Hut Design her hat man hat ihm die Krempe hier rechts und links abgeschnitten warum mache ich hier nicht eine Spitze hin warum ist das ein Strichlein ja weil es hier gefaltet wird und dann gibt es da einen Abstand so und hier drauf baue ich jetzt Schild Nummer 1 und es legt sich quasi um den Kopf herum und Schild Nummer 2 liegt dann hinten eine neue Ebene drauf und wir schauen mal warum jetzt das Strichlein praktisch ist das Strichlein ermöglicht mir nehmen nicht so hier drüben so einen hübschen kleinen Abstand da wurde nicht geknickt wenn man Filz knickt geht er kaputt er muss gebogen werden und kann dann in der Form verharren wenn man ihn mit Wasserdampf bearbeitet so so und warum gibt es da jetzt verschiedene Fassungen die verschieden lächerlich aussehen und die Seitenansicht ist das Problem wenn wir uns das von der Seite anschauen möchten mache ich das hier Korpus drauf jetzt ist hier mein kleines Strichlein und das ist der Boden von dem aus sich die Krämpel auffaltet sie faltet sich nach vorn und wenn sie jetzt von der Seite gerade durch geht dann sieht es so ein bisschen aus wie so ein Idiotenhut oder so ja oder eine nicht fertig gefaltete Bischofsmütze oder Himmel und Hölle Spielchen oder so und das ist natürlich nicht gar so hübsch und was merke ich gerade eben ich habe das ne ich habe es nicht okay ich habe es in die falsche Ebene gezeichnet aber zum Glück nicht mit den Köpfen das wäre jetzt aber nicht gewesen so also ähm was ist die Alternative die Alternative ist wir biegen es näher an den Kopf und dann ist dieser Wimpel hier dazwischen nicht so groß und deswegen passiert dann folgendes ich lege das Ding vorn im Meeren und biege es enger hin und dann berühren die sich fast und man sieht nicht genau in die Seite rein aber irgendwo hat es trotzdem das von einem Hadekeinhut und deswegen ist ist es auch so dass ganz wenige Leute wissen wie Napoleons Hut von der Seite aussah weil man ihn nie von da gezeichnet hätte es sieht auch ein bisschen aus als hätte man eine Zeitung gefaltet um sich da so ein Malerhut aufzusetzen also beim besten Willen nicht so pompös von der Seite wie von vorne oder von schräg so das ist der sogenannte Zweispitz nun konnte der Zweispitz auch nach vorn getragen werden dann ändern sich die Richtungen natürlich und dieses lächerliche Ding hier ist die Frontansicht und das hatten halt die Briten ganz viel britische Admiralität und Kapitäne tragen diesen Hut so und mein Gott es sieht halt immer noch aus so ein bisschen nach Schiffchen aber passt ja vielleicht auch weil Marie wird so persönlich finde ich diese Art von Hut nicht hübsch es ist einer von den Mythen die mich gar nicht reizen mir selber aufzusetzen weil es jetzt auch so ein bisschen an ein Eselsohren erinnert also taugt mir nicht ähm was ich euch empfehlen kann ist schaut euch unbedingt die von Playmobil an die Zweispitzhyte die sind klasse zum Lernen äh wie die wirklich funktionieren und jetzt schauen wir uns das nochmal an ähm in einer etwas schwierigeren Perspektive nämlich dann von Schräg unten und dann verstehen wir nachher nämlich auch besser wie ein Dreispitz funktioniert so Kopf von Schräg unten sagen wir der Käpt'n schaut irgendwie hinaus aufs Meer so und jetzt muss ich da so einen Zweispitz anbringen und das funktioniert am besten indem ihr eben so eine Art Raute oder Augenform drumrum legt und zwar quasi so dass die Linie hier durch ungefähr der Linie der Augen entspricht von der Richtung her einmal hier einmal da zack so und jetzt kann ich da drauf den Schild legen und da ist die Ansicht auf den Hut so jetzt geht es mir inzwischen noch wieder besser jetzt ist dieser Workshop so viel anders geworden obwohl ich viele Dinge ähnlich zeichne dass ich mich jetzt abgeregt habe aber wir müssen erst noch eine Lösung für die Kamera finden bevor wir wieder so viele Videos machen können wie wir es vorher gemacht haben offensichtlich hat die hohe Anzahl der Videos der Speicherkarte halt nicht gut getan und die sind halt doch teuer und wir sind keine reichen Leute und es tut uns sehr leid deswegen sind es auch weniger Videos gewesen die letzte Woche abgesehen davon dass ich auch mehr zu tun hatte gerade wieder aber das ist halt jetzt so so bitteschön dann haben wir hier von schräg unten auf einem Zweispitzhut die Ansicht das heißt also hier ist ein B Korpus der ist rund und wie eine Art Kompassnadel könnt ihr euch den Hut zurecht drehen wohin immer ihr wollt ihr müsst euch das quasi so vorstellen das würde hier eine Art Kugelkompass ausrichten und dann kann ich den Grundkörper überall hin anlegen so und oben drauf Schild und dahinter noch ein Zweiten also nicht dass ihr glaubt das ist bei uns irgendwie die Luft draußen die wollen keine Videos mehr machen aber technische Schwierigkeiten gepaart mit tut uns nicht gut dass wir nicht darauf vorbereitet sind bereits dass sich das Ganze so lang zieht ich meine unser Büro ist bekannterweise das Haus das alles hat aber es war nie vorgesehen natürlich dass das einen Belastungstest aushält von irgendwie Wochen über Wochen die wir fröhlich Content produzieren also sorry wenn wir diese Woche ein bisschen zurückgezogen erschienen aber es ist nicht so als würden wir aufgeben wir werden das weitermachen so dann jetzt der Dreispitz da ich jetzt weiß dass Paula online ist kannst du das live mitverfolgen hier wird also nun die Krempe dreimal gefaltet und ich habe für Horror the Pirate einen vereinfachten genommen aber ich kann euch gleich nachher meinen Hut zeigen wie er klassisch ist jetzt habe ich die größere Kamera da passt er auch besser hin vorhin habe ich es mit der kleinen versucht da hat er das Bild ausgeführt war vielleicht auch gar nichts gut zu zeigen aber ich trete dann einfach nachher vor die Kamera so fangen wir nochmal frisch an Corpus zuerst Corpus Huti wenn Hutus das lateinische Wort für Hut wäre so was nicht so ist ok also nicht so tief warum ziehe ich immer den Hut bis runter auf die Augenbrauen so will den doch kein Mensch tragen so hier sitzt der Hut hier wäre die Krempe und nun wird der Hut dreimal abgeknickt schauen wir mal wo das wäre das wäre also einmal zweimal und dreimal ist quasi hinten daraus entsteht der dreispitz wobei der gar nicht spitz ist sondern es entsteht jedes mal hier vorne wieder ein kleiner Abstand ihr könnt euch das so vorstellen wie ein Dreieck bei dem ich alle drei Spitzen abschneide oder Supermans Zeichen bei dem die untere Spitze fehlt also eine Art Diamant bei dem was fehlt so jetzt ist das meine Grundfläche und was habe ich für Har gemacht für Har habe ich jetzt einfach mich entschieden gehabt aus Gründen der Einfachheit ich stelle auf jedes von den Teilen hier von diesen Dreiecks Seiten ein Viereck oben drauf und das war es auch schon das ist eigentlich nicht korrekt weil es sollte ja rund sein aber für eine Comic Figur hat es das eigentlich getan so und hinten ist nochmal ein Viereck und dann sind zwischen den Vierecken kleine Lücken die ich einfach mit einem U ausgefüllt habe so und das ist wie man den einfachen Piraten konstruiert schwieriger wird der erst wenn wir ihn in der Schrägansicht durch konstruieren wollen weil nun die Frage ist wie ich dieses Dreieck irgendwie platziere und dazu müssen wir konstruieren schauen wir uns das nochmal an wenn ich einen Korpus hier oben auf den Kopf aufsetze dann folgt diesem auch eine Mittellinie und die Mittellinie kommt hinten irgendwo wieder runter und das heißt was ich brauche ist vor allem auch um richtig 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 die Spitze zu finden ich muss mir quasi den Hut durchsichtig vorstellen so und die Punkte die mich interessieren die ich dringend brauche sind der Fußpunkt hier hinten und der Stirnpunkt hier vorne ich hoffe man kann das einigermaßen sehen ich mache den nochmal heller so also Fußpunkt da hinten Stirnpunkt vorne und wenn wir zwischen denen jetzt eine Linie nach vorn ziehen dann ist hier vorne dort wo die Spitze ist auch der Teil wo mein Dreieck enden würde und wo ich meine waagrechte Abteilung mache und jetzt brauche ich bloß noch jeweils am Korpus vorbeiziehen und hinten verbinden und in diesem Winkel hier zum Beispiel sehe ich jetzt die dritte Ecke gar nicht und dann schneide ich hier die Ecke ab und hier ist meine Grundfläche jetzt kann ich mal die ganzen Hilfslinien weg machen und den Kopf ausblenden so das ist nun die Grundfläche jemand beschwert sich hi Donny schreibt den Begriff geraten und finde ich persönlich fragwürdig die Namen das was da war auch nur technisch ich weiß schon also der absolut korrekte Begriff für diesen Hut ist natürlich einfach Dreispitz obwohl er halt keine drei Spitzen hat aber ja ich sage immer gern Piratenhut dazu es ist natürlich vollkommen richtig das habe ich in einem anderen Video auch gesagt auch der Freiheit von Münchhausen hat diesen Hut getragen aber ich stimme dem Käpt'n natürlich vollkommen zu man hat genommen was man gefunden hat vielleicht hat die ja aber da würde ich dann Guido wahrscheinlich mal anrufen heute Abend oder so nach dem Essen so jetzt haben wir wieder das gleiche Ding ich stelle also jetzt meine Vierecke auf und habe den Hut wie ihn Haar trägt und von der Seite sieht dieser hier halt jetzt total kacke aus deswegen ist Haar auch nicht unbedingt in der Seiten Ansicht toll weil dann ist das hier einfach bloß ein Rechteck und oben drauf ist irgendwie so eine Kappe das sieht aus als hätte er einen Priesterhut auf bei dem irgendwie hier hinten ist das U so bei dem irgendwie die Kränte zu dick ausgefallen ist und so ist es natürlich nicht in echt so in echt hat der Dreispitz eben komplette Kreissegmente hier die also jetzt in einer Art Sinusschwingung hier hoch gehen und wenn jemand sich mal anschauen will wie so ein Hut richtig gut aussieht und wo Führer auch da ist empfehle ich den Filmpakt der Wölfe der ist sowieso ein guter Film zum anschauen also zumindest für Leute die leichten Gruseln mögen so um Kampfsport für Leute denen der Name Mark Dacascos was sagt das ist denke ich die Rolle seines Lebens ich liebe diesen Kerl als Schauspieler und da durfte er mal spielen so gleiches dem hier und hier sehe ich jetzt von der Seite so gut wie gar nichts wo der Hut hinläuft ich muss aber darauf achten dass er hinten noch wieder zurück kommt und das dritte wird hier auch einigermaßen verdeckt so der Teig will immer noch nicht durch die Teigspritze doch der Teig wehrt sich ok Carina kämpft eifrig gegen einen Spritzteig der original italienisch ist aber auch tough wie die italiener sind italiener halten was aus im moment mehr als wir unsere grüße gehen an alle leute die dort verband haben haben die jetzt ganz viel durch halten muss so nehmen wir es mal aus den Kopf nicht den Hut so und dann sind hier gerne mal auch Knöpfe oder sonstige Halterungen drin die den Hut dort halten wo er halten soll der ist mir jetzt hier nicht gut gelungen bisher das hatte ich vorhin besser drauf ah jetzt so da ist der Hut so wie ich ihn haben möchte so und in der Seitenansicht sieht sieht er halt jetzt auch fesch aus weil man da nämlich dann den Korpus quasi gar nichts sieht das hängt aber auch immer ein bisschen davon ab wie hoch geklappt wird und so so und der Hut den ich euch da zeigen kann ist halt so ein bisschen Presspappe es ist nur ein Faschingshut und ich weiß das aber ich werde den mal kurz ins Bild halten denn ich mag meinen Hut so das ist das Teil und wenn wir uns den Schatten davon ansehen falls man den sehen kann dann versteht man es mit dem vielleicht auch ganz gut dass quasi hier und hier und hier eingefaltet wird und da sind die Knöpfe und wenn man die alle aufmachen würde dann erhält man im Wesentlichen einen ja runden Hut der so ein bisschen aufgebogen ist bei dem hier ist es noch so dass dadurch dass das Pappe ist eben die Ecken hier vorne auch nach oben aufgebogen werden das ist nicht das cleverste Modell muss ich ganz ehrlich sagen weil so beim Regen läuft dieses Ding einfach voll und das heißt wenn man sich dann nach vorne beugt um irgendwie eine Landkarte oder eine Seekarte zu lesen macht es und alles Wasser läuft raus so was eigentlich ist es einem Freund von mir mal passiert mit seinem imprägnierten Hut bei dem er auch so eine aufgebogene Krempe ringsherum hat Tatsache ist dass man die Hüte eher so schräg trägt und hier hinten nach hinten läuft quasi das Wasser ab und vorne eben nicht und das heißt man hat noch Sicht während bei einem Schlapphut wird alles nass und voll und schwer und es tropft einem vorne ins Gesicht alles rein und so also nicht ins Gesicht aber halt vor dem Körper ich kann nicht bei mir einen Wurstbruch machen ohne dass es mir reinregnet das ist natürlich auch nicht der Sinn der Übung so also das ist der Dreispitz und das ist der Hut der eben für Har von Bedeutung ist ja ähm der den du versucht hast Paula ein Zombrero ist halt was anderes äh nicht Zombrero äh der Torero Hut da wie auch immer der heißt äh ist halt ein anderes Ding gut ähm das ist das zum Thema Krempen äh was gibt's noch? es gibt noch Krempen die sind nach oben aufgerollt das können wir uns noch anschauen ähm jetzt ist die erste Stunde schon gleich rum aktuell keine Fragen wie schön so neue Ebene gemacht und wir schauen uns den Zylinder und den Bowler Hut mal an vom Verlauf von deren Krempe jeder der Onkel Dagobert kennt weiß dass dessen Krempe nach oben gerollt ist und zwar ringsrum wie konstruiere ich das? nun wir fangen damit an dass wir eine sehr kleine Krempen machen und darüber eine Etage machen wir parallel eine etwas größere jetzt kann ich mal den Kopf ausblenden nee der ist gerade im Weg eine etwas größere oben drüber so und dasselbe geht auch für Zylinder im Übrigen es macht keinen Unterschied das hier ist ein Bowler ja oder Melone und wenn ich das oben eben zu einer Zylinderform ausläufe den Korpus dann ist es halt ein naja Zylinder ne so und nun ist das Ding rund und das heißt was ich also mache ist ich verbinde ach ich zeige euch das einfach mal ein Stück größer was mache ich denn hier schon wieder ich vergesse immer dass ich ranzoomen kann so schauen wir uns das an ich könnte jetzt hier eckig verbinden aber das wäre falsch stattdessen verbinde ich rund einmal hier einmal da und ja es gibt auch Zylinder bei denen ist die Krempel nicht hochgebogen es gibt da verschiedene Modelle aber nehmen wir halt mal den klassischen Bowlerhut das Biegen der Krempel ist auch ein Stilmittel des Charakterausdrucks gerne ist Krempel vorne hochbiegen das Ausdruck von einem Bauerntrottel oder so und deswegen muss man sich das gut überlegen ob man das einsetzen kann zum Nutzen des Charakters jetzt habe ich es natürlich auf dieselbe Ebene gezeichnet jetzt kann ich den Hut nicht freistellen und sorry dann muss ich es ein bisschen sauber machen so alles klar und da hinten wieder die Andeutung von einer Falte und dann habe ich auch aufgekrempelte Krempen so jetzt machen wir noch ganz schnell was zu verschiedenen Korpustypen der grundsätzliche Korpus habe ich schon gesagt der ist rund und der kann auch größer sein dann kriegen wir so die klassischen Cowboyhüte vier Gallonenhut und so übrigens wir haben einen ein Gallonen echten Cowboyhut hi Birte ich habe versprochen für diesen Hut Hutgröße 60 einen geeigneten Abnehmer zu finden bei dem er mehr geliebt wird ich habe ihn zwar immer hier im Blick aber er ist mir so groß dass er mir bis auf die Ohren runterfällt und das heißt er ist für mich nicht wirklich geeignet ich suche also jemanden mit Hutgröße 60 der Bock hätte auf einem richtig großen coolen Cowboyhut so das heißt da ist nun der Korpus ich brauche ein ich brauche noch mal eine neue Ebene hier so also das ist der klassische vier Gallonen Cowboyhut so das ist dort mit der Krempe anders die Krempe wird gerne an den Seiten hochgefaltet das heißt hier hoch und hier drüben hoch und das bedeutet vorne bleibt der wo er ist wandert hoch und muss wieder runter wandern und dafür sehe ich ja an der Seite ein bisschen was von der aufgestellten Krempe unter Umständen so und hier auch jihau schon hatten wir einen Cowboyhut nun sind aber nicht alle Cowboyhüte eben mit diesem riesen Korpus da oben so und woran liegt das? nun weil der Korpus eckige Form kriegen kann durch die Erfindung der Hutfalte der Korpus in sich bleibt weiter rund aber er kann eingestülpt werden und das ist eine relativ moderne Erfindung warum gibt es die? gerade bei Hüten die ein bisschen zu groß sind und nicht gut sitzen damit sie nicht runter fallen kann der Deckelteil hier oben der hier runter gefaltet werden so dass er oben auf dem Kopf aufliegt indem man das Ganze einstülpt so das bleibt dann der obere Teil faltet sich weg und stülpt sich erstmal rein und unten sehe ich noch die Andeutung von dem Korpus äh von dem Deckel ja so und diese Grundform des eingefalteten Huts muss nicht immer von so weit oben eingefaltet werden deswegen kann die auch mal ein Stück tiefer liegen so zum Beispiel dass jetzt auch wirklich der Deckel auf dem Kopf oben liegt so worauf müssen wir noch dabei achten? wir müssen dabei darauf achten dass hier an den Ecken kleineren 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 so ist gut dass hier an den Ecken kein Kontakt herrscht damit das Ganze weicher aussieht denn das sind sehr runde Falten das ist hier Filz der macht keinen Knick wenn man den knickt wie gesagt geht er kaputt und dann ist er nicht mehr wasserdicht Hutband drumrum und wir haben so einen hübschen klassischen ähm Altherrenhut weil der hier nämlich noch nicht schick ist ähm warum ist dieser Hut noch nicht schick? nun der ist einfach nur rund eingefaltet da fehlt noch was und zwar kann die Hutfalte durch zusätzliche Falten noch gestylt werden was ist der Klassiker davon? der Klassiker ist dass wir hier vorne von rechts und von links rein drücken sodass man das Ding vorne an der Hutfalte packen kann so und das führt dann zum klassischen modernen Hutfalten dann schauen wir uns das mal an was da passiert es wird also vorne eine Art Viereck übrig bleiben ähm Matthias hier wieder Saber Rider schau dir den Hut vom Colt an der hat da vorne auch so ein Viereckiges Schild so jetzt ist aber hier rechts und links eingedrückt und der Korpus bleibt unten und es muss aber auch irgendwie wieder nach unten verbunden werden weil sonst steht der Hut ja nicht ordentlich das heißt der Hut wird vorne eingeknickt und kriegt deswegen auch so eine charakteristische Falte so dann wollen wir mal schauen was dann übrig bleibt so so es bleibt wieder jede Falte darf nicht anschließen ihr müsst da kleine Abstände lassen sonst sieht es nachher zu hart aus noch ein Hutband wieder drumrum und was wir jetzt hier haben entspricht ziemlich genau dem Hut den ich halt auch trage das ist also der klassische Fedora und den kennt ihr auch alle von mir und daraus entsteht dem seine Zeichnung so und das ist das was ich jetzt erstmal in der Stunde zum Thema Hüte machen wollte dann würden wir jetzt übergehen zum Wasser für Donny und wenn es nächste Woche dann wieder Nachfragen zum Thema Hüte gibt dann kommen wir darauf gerne zurück aber jetzt habt ihr erstmal über 60 Minuten ein Hut Programm über das man sich Gedanken machen kann so so gut dann wäre jetzt die nächste Frage Karina sollen wir den Stream anhalten und neu machen oder im Moment läuft es im Moment läuft es okay dann machen wir direkt weiter ja wir machen weiter mit einem Gedicht weil ich Morgenstern sehr gerne mag und er hat ein wunderschönes Gedicht zum Thema Wasser geschrieben immerfort immerfort rinnt das Wasser ohne Wort andernfalls andernfalls sprach es auch nichts anderes als Bier und Brot lieb und treu und das wäre auch nicht neu dieses zeigt dieses zeigt dass das Wasser besser schweigt so so walle walle Wasser schnieße wir wollen das heute uns anschauen mit Bleistift Techniken das heißt wir werden hier viel mit schwarzen Linien wieder arbeiten wir können auch schauen ob wir ein bisschen was schattieren können Andreas ist da Hi Andreas grüß dich er meint er hat ein Bowler als Hut gesehen und er hat die Krampel fast zum Halbkreis erreicht ein Bowler ja ja genau kenn ich ja und Paula verabschiedet sich sag Dank für die Zukunft später noch alles klar und schau Paula so ja wie gesagt also bei Bowlern wird die Krämpel gerne hochgebogen ja bis zum geht nicht mehr was die bei Regen machen möchte ich nicht wissen mich interessiert so ein Bowler Hut auch gar nicht also für mich ist der optisch denke ich auch nicht das Richtige ich brauche was was meine meine eher breite Unterseite oben ein bisschen ausgleicht ähm aber nicht unbedingt einen mega großen Hut der betont wie klein ich bin so ähm also Wasser und zwar erstmal Betonung auf Ozean gut ähm die wichtigsten Dinge die ich für das Wasser auf dem Ozean sagen kann ist ähm es ist verdammt viel möglich es sind ja je nach Windlage äh total verschiedene Wellenbewegungen möglich das heißt es gibt auch irrsinnig viele verschiedene Stile wie man es zeichnet ähm ich fange jetzt einfach mal mit ein paar Sachen an die mir so einfallen und was halt noch wichtig ist ist die Tatsache dass das Wasser halt spiegelt und das heißt dass wir ganz viel arbeiten müssen mit Kontrasten ähm an den richtigen Stellen weil es vor allem auch darum geht Dinge einzubinden ich demonstriere das mal mit einem einfachen Schiff so so wir machen ein simples kleines Schiffchen hin gibt es noch etwas Neues? nein ich frage nicht du musst jetzt fast weg gehen dass ich leichte Tieren will ja so jetzt mache ich einen ruhigen Meereshorizont wie mache ich den? in der Regel in der Regel um Wellen anzudeuten ist das einer der seltenen Fälle wo ich strichle ich suche mal näher ran dass ihr das sehen könnt das hier zeigt mir ganz leichten Seegange wenn ihr hier hinschaut dann seht ihr dass in der Vergrößerung effektiv so eine Form entsteht dadurch dass ich neu ansetze und die deutet mir so ganz ganz leichte Wellen an und es darf ruhig mal so wie hier auch ein bisschen aufbrechen warum sollte die Meeresoberfläche nicht mit einer schwarzen Linie durchgezogen werden? ja da oben ist Himmel und den spiegelt es nach unten das heißt die Trennlinie ist relativ gering und vor allem wenn da noch irgendwie Sonnenlicht spiegelt dann sollte der Horizont ein bisschen aufbrechen so und egal was ihr jetzt hier für Texturen rein setzt nachher es wird immer aussehen wie ein Schiff das auf einer bedruckten Tischdecke steht auch wenn wir das weiter ausmalen das ist nicht das entscheidende das entscheidende ist wie das Schiff mit dem Wasser interagiert nun ist mein Schiff hier ja dunkler so normalerweise ist der Rumpf dunkel so und das wesentliche ist ich glaube wir haben hier kurz die Spitze bekommen möglich dass ich eine Spiegelung des Schiffs im Wasser habe das reißt es mehr raus als irgendwie Texturen im Wasser es rausreißen können also achtet vor allem darauf dass sich Licht und Schatten da drin irgendwie mit fangen Spiegelungen von einem Schiff können sich über Strecken von mehreren Kilometern hinweg ziehen wie nach Seegang wenn eine Welle hier drüben richtig steht dann spiegelt sie mir den Rumpf von dem Schiff rüber und ich sehe da noch kleine Restchen von der Spiegelung wenn ich überhaupt nichts habe was ich spiegeln kann kann das Meer auch nicht gut dunkel sein es müsste dann eine Stelle erwischen an der sich eben nicht etwas spiegelt sondern quasi der Meeresboden von unten durchdringt so und das schauen wir uns jetzt mal an wie das von der Form her aussieht die Grundidee hierbei ist ich mache das einmal in groß und mache es nachher weg Augenformen bei ruhigen Seegang sind es solche Linsen die sich verteilen und den Blick auf den Meeresboden quasi freigeben dazwischen wo nicht der Ozean den Himmel spiegelt so und das heißt in unregelmäßigen Abständen verstehe so ich denke das Schwierigste ist es nicht zu übertreiben ja schwarz ist zum Beispiel wahrscheinlich zu viel wenn ihr jetzt hier im Vergleich mal anschaut was besser wirkt ich hoffe man kann das einigermaßen im Streamlip Unterschied sehen zwischen hier was gekritzeltes mit ein paar Linien wo noch ein bisschen Licht da zwischen reinfällt und hier massiv schwarz ich empfehle das nicht das war vorhin bloß zum Form erklären keine Sorge ist kein Corona ich habe nur ein trockenen Heiß ich rede ja heute schon lang weil ich einen Workshop mehr gehalten habe ich werde am Ende des Tages heute vier Stunden Workshop gesprochen haben ich trinke mal ganz kurz was ich trinke mal ganz kurz was so die Form aufzubrechen so wie hier ist oft eine Lösung die das Ganze mit etwas Leichtigkeit versieht aber auch das sollte man nicht einfach stuhl wiederholen weil das Wichtige am Wasser ja eben ist dass es nicht einheitlich ist so und was ist noch wichtig wichtig ist dass die Dinge von hinten nach vorne deutlicher und größer werden überwiegen auch nicht durchgehend es gibt auch vorne kleine Muster aber es kann hinten keine riesengroßen geben weil Wellen einfach eine Größenbeschränkung haben also jetzt K sagt ihm halt es gibt 20 Meter große Wellen ja aber nicht bei ruhiger See also hier wo ich bin müssen die Dinge nach vorne größer werden und auch eine 20 Meter Welle sieht von Nahen betrachtet doch ein bisschen größer aus als wenn sie 8 Kilometer entfernt ist so also für Aufnahmen von weit weg sind also folgende Dinge viel wichtiger als alle Detailfragen die Frage wie gehe ich mit Spiegelung um und wie erzeuge ich Tiefenwirkung und das muss ich also machen indem ich vorne mehr größere Teile habe und hinten immer kleinere Teile und dadurch erzeuge ich wirklich die Wirkung von Tiefe im Ozean die Binge weiter weg kann ich hier auch mal 150 Prozent einstellen geht das irgendwie so Merci und das ist mit einfachen Mitteln aber wirklich den einfachsten ein bisschen Gekritzel für Wasser und bei einem sehr klaren Himmel würde ich jetzt auch in das Wasser so gut wie keine Schatten einfügen wollen mit Bleistift oder sonstiger Farbe sondern insgesamt ist der Ozean ein bisschen dunkler als der Himmel weil ein Teil des Lichts hier nach unten geht Wasser ist aber nicht blau Wasser ist durchsichtig und das weiß jeder außer japanischen Trickfilmzeichen die Leute wenn sie Wasser trinken ihnen immer irgendwie Brombeermilch in die Gläser füllen wo man nicht durchsieht und die keine Lichtreflexe hat oder sonst irgendwas so wenn wir jetzt die Möglichkeit haben mit Bleistift drüber zu schraffieren um das Ganze irgendwie ein bisschen mit hell und dunkel zu versehen wie würde das dann aussehen ähm Nein? Alles gut? Super Na super das passt so dann also jetzt die Frage wo schattiere ich wie und auch da ist es so ich weiß nicht ob man davon was sehen kann nach vorne immer größere Flächen mal einsetzen auch da bei der grundsätzlichen Form bleiben und sie auch mal abseits von den schwarz gestrichelten Dinger nehmen das erzeugt dann so ein bisschen Unruhe im Wasser super super das ist nicht das ist nicht scharf das was ich hier mache ist quasi Bleistift schräg halten und mit der Bleistiftspitze ein bisschen dagegen so und jetzt lasse ich hier absichtlich einen Bereich etwas heller warum? was ist in dem Bereich? ha wenn man genau aufpasst ist das der Bereich in dem die Segel sind und die Segel sind hell so jetzt mache ich das Ding nach hinten insgesamt etwas dunkler und wir erreichen jetzt die Illusion von das Schiff spiegelt sich sowohl hell als auch dunkel ich habe den richtigen Film nein ich habe es jetzt doch ich wollte eine eigene Ebene machen sorry dafür jetzt geht es nicht weg uh uh so ähm alles klar kriegen wir trotzdem irgendwie hin also das sind schnelle Bleistifttechniken um ruhiges stilles Wasser hinzukriegen also nicht stilles Wasser wie in Plastikflaschen und so aber ähm das war ja auch gar nicht die Frage die Frage war ja hier nach Ozean und Co so jetzt gehen wir mal eine Stufe höher rauf und geben ein bisschen Wind und ein bisschen Wellenbewegung rein und dann ist mein Vorschlag immer ähm umgekehrte Vögel gemahlen Vogel ist ja das hier und im nächsten Schritt und machen wir unregelmäßig große und unregelmäßig versetzte Vögel die sich überschneiden und jetzt ist die nächste Frage können wir dann hier mehr machen mit Linien ja hier müssen wir sogar mehr mit Linien machen wenn wir irgendwie clever sind so und auch hier die Tendenz zu größerem nach vorn aber nicht nur größeren nach vorn aber die kleineren immer nach hinten stellen so schwapp schwapp und ihr dürft die Rücke ein bisschen asymmetrisch machen dass die zu einer Seite hin neigen weil der Wind da drüber peitscht und die mit zieht so und nun haben wir also Wellentäder und Wellenberge wenn wir uns das also im Profil anschauen dann sieht das eben quasi so aus wenn wir hier so durch den Schnitt machen würden und jetzt müssen wir das irgendwie schattieren und hier ist die Grundidee das hier auf der Seite die dem Wind abgewandt ist also in unserem Fall kommt der Wind hier von links so wie das Licht von links kommt und das heißt auf der Seite ist es wo ich mit möglichst glatten parallelen Linien erst mal in die Täner runter gehen erst mal in die Täner runter gehen eine Kontur mit dazu gibt die muss aber nicht sein so und hin und wieder mache ich dann einfach Schatten rein wie nicht zu einem Berg gehören sondern einfach mal in einem Tal drin so dass mir das irgendwie gefällt so und wenn der Wind ein bisschen harsch ist dann ziehe ich auf der Seite wo der Wind herkommt mal noch so ein paar Linien mit rein die so ein paar kleine Krüsselwellen quasi imitieren vor allem wenn ich ihm näher komme so so und die Tendenz geht zu nach hinten durch und dann wird es noch etwas dunkler aber natürlich eben auch nach hinten kleinteiliger und damit erzeugen wir wieder die Illusion von Tiefe denn dunkle Dinge wirken immer tiefer und helle Dinge wirken näher so und jetzt ist der Seeland schon ein bisschen rauer aber das ist gutes Fahrtwetter so das heißt hier würde ein Schiff immer noch sauber fahren jetzt fragt ihr wie sieht es hier aus mit Spiegelbildern für Schiff machen wir natürlich denn wenn ich jetzt hier ein Schiff mit einbaue dann Nummer 1 muss die Interaktion daraus bestehen dass ich mir sehr genau überlege hinter welchen Wellenbergen sich mein Schiff befindet und vor welchen anderen so bitte daran denken in solchen Fällen die Siegel stärker auszubeulen ähm schließlich haben wir hier Fahrt aufgenommen so 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 also Nummer 1 ist hier die klare Verschränkung mit den Wellenbergen jetzt sieht das schon relativ gut aus und Nummer 2 ist jetzt natürlich auch hier das mit dem Spiegel jetzt ist es aber so dass die Seiten die uns jetzt hier hell entgegenstrahlen von dem Schiff alle weggewandt sind weil das sind ja quasi Berge die ihre Front uns zu zeigen und das bedeutet dass der Schiff sich in denen nicht spiegeln kann und das heißt Dolly fragt die Linie an der Kim ist da aber durchgezogen oder? äh wo ist die Kim? wo ist die Kim? äh mach mich nochmal schlau warte cooles ich frag mal verdammt mein nautisches Vokabular wird enttarnt als oberflächlich Entschuldigung dass ich da nein alles gut ist ja wichtig was kommt denn Hubs zurück? der Horizont ach so ja bedingt bedingt also ich hab hier an einer Stelle sie offen gelassen ähm hier drüben wenn man genau hinschaut und es war dir nicht aufgefallen äh also äh von daher äh äh hängt ja auch vom Himmel ab aber persönlich ziehe ich so Wasserlinien immer ungern durch weil das Wasser ja immer noch durchsichtig ist selbst wenn also der Himmel jetzt bedeckt ist ähm am Horizont spiegeln sich die immer noch du kriegst ja zum Beispiel auch bei heißem Wetter flirrende Luft über dem Horizont äh und das sind alles so Dinge die den Horizont zu so einer fragwürdigen Sache machen äh und deswegen ach scheiß drauf wenn du da ein bisschen eine kleine Lücke hast ist das nicht schlimm ähm ich würde Wasser im Gegensatz zu einem Schiff schon als etwas betrachten bei dem man die Grenzen etwas verwischen lassen darf ja so wo kann es jetzt Reflexionen für das Schiff geben also nicht direkt vor dem Schiff weil uns da die Wellenberge abgewandt sind aber aber die Wellenberge die dem Schiff voraus sind und hinter dem Schiff sind die sind eine andere Geschichte das heißt also dass diesmal unsere Spiegelungen dann das Schiff so ein bisschen auslassen was wir aber zum Beispiel kriegen ist direkt am Schiff ähm leuchten die Wellen natürlich ein bisschen von dem Schiff durch das heißt da werden die so ein bisschen transparenter und ähm ich kann aber direkt vor dem Schiff eben nichts haben ja geht halt nicht so falscher Seegang dafür johoho und jetzt geht dieses Schiff ordentlich ab übrigens ganz wichtiger Punkt weil ich viele viele Kinder kenne die das verkehrt machen Flaggen an Bord von Schiffen zeigen bei Fahrt immer nach vorn und nicht nach hinten bei einem Motorboot wäre das vielleicht was anderes aber hier ist es so dass der Wind die Segel aufbläht dann können die Fahrten nicht nach hinten zeigen weil das Schiff wird auf gar keinen Fall schneller fahren als der Wind wenn das Schiff aber schneller fährt als der Wind dann hängen auch die Segel schwach runter so ähm nächste Stufe ab der nächsten Stufe fängt der Wind an oben liegende Wasserschichten raus zu treiben ich versuche das mal zu erklären wir haben einen Wellenberg und es kommt Wind der nach pusht und wenn der Wind sehr sehr peitscht dann schiebt er die oberste Wasserschicht Kälte ist möglich die Luftmachtklasse aber auch schon ok also Leute macht euch darauf gefasst es gibt nochmal einen Kälteeinbruch ähm der soll wann kommen? Ende der Woche? am Montag in der Eishaldi muss sogar mit Schnee gerechnet werden ok es hat selten im Mai geschneit aber ich erinnere mich als ich ein Kind war unser letztes großes Osterfest das war noch in Audermeister 10 es muss 84 gewesen sein ähm hatten wir Schnee an Ostern wir hatten Eier versteckt und es war ein spätes Ostern das war im Mai als ich 14 war als auf der Fahrt noch zufällig und schnell wenn ich mich hier noch ein ja vor 16 Jahren ja und vor 35 Jahren ja also alle 16 Jahre 17 Jahre rum gibt es mal so einen Einbruch äh ja passiert so ähm was passiert jetzt noch? die aller aller oberste Schicht zerstiebt deswegen zu Gischt das sind kleine Tröpfchen die im Wesentlichen aussehen wie Mebel und das heißt ab dem Punkt kriegen wir auf freier See Gischt so Donny stellt ganz wichtig fest die Eishaldi sind ja auch erst um 15 und vorbei ja blöd für die Leute die jetzt gemeint haben sie werden dann groß ja schade das so also das heißt jetzt haben wir grundsätzlich mehr Wellengang als man es lieb ist wir kriegen Kanten begleitet von Schaumkronen und hier ist jetzt so wenn wir hier nicht mit hell und dunkel arbeiten dann haben wir aber ein riesen Problem ähm weil jetzt ist die Gischt dunkler als die drum rumliegenden Wellen und das kann nicht sein so wir benutzen aber jetzt die Gischt um Räumlichkeiten die Wellen zu bringen denn diese Linien ziehen sich über den gesamten Wellenkant dann und darunter kommt die Welle wieder raus so und auch hier gilt nach hinten natürlich kleiner werden und manchmal brechen die Wellen dann eben auch um und werden so umgestülpt weil ist ja klar ich meine wenn der Wind weiter weht muss das ja auch runter kommen wieder und dann kriegen wir ähm quasi die Gischt beim Auftreffen Jodi sollen Donuts untergehen? Donuts sollen eigentlich schwimmen wenn sie gar werden Moment sitzt der am Fußboden dann würde ich ihn vom Fußboden vorsichtig lösen bevor er anbrennt Ah nein der kennt dann bestimmt Super Hat sich Hat sich erledigt die Donuts sind gerettet sie garen, gehen auf und treiben nach oben Ja, so kennen die So Ah ja genau Andreas meint der war da so in München als es geschneit hat Aha Also ebenso unter dem Kohl das war ja so hundert drin überlegt Ja, bei uns war es so, wir hatten weil das das größte aller großen Osterfeste sein sollte hatten wir am Ostern die Eier am Tag davor draußen versteckt Eier halten sich ja Oh, in der Nacht haben sie sich super gehalten weil es war ja dann kälter als im Kühlschrank draußen und ähm das hieß am nächsten Tag Ostereier suchen im Schnee Drei Stück haben wir nie wieder gefunden weil wir auch die Verstecke nicht mehr erkannt haben es lagen, ich glaube zwei, drei Zentimeter Schnee überall und äh hier die Wintersachen nicht da und das hieß dann also rausgehen mit mehreren Lagen Kremotten und in den Schnee greifen und Eier rausholen ach ach, es war schon abenteuerlich so jetzt wollen wir sehen jetzt ist nichts mehr mit parallelen äh Schattenlinien sondern jetzt unterstreichen den Verlauf des Wassers und zwar möglichst unruhig und dadurch dass wir sie gegen die Gischt setzen wird die Gischt gleich ein Stück heller so und auch in den Weg zu Gischt können wir jetzt ein paar Linien reinlegen und so zeigen wie das Wasser so rein fließt ich hab's ja eigentlich gar nicht so mit Nostalgie aber dieses Osterfest war einfach krass so 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 und wenn wir jetzt diesmal mache ich aber eine eigene Ebene da Bleistift dranlegen um das Ganze noch ein bisschen aufzupetten dann bleibt eben die Gischt hell 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 habe ich gesagt das Ganze so 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 wie das ist so So. Und ich setze immer quasi hinter einem hellen Wellenberg einen dunklen Schatten, um den Wellenberg ein bisschen zu betonen und dadurch wieder Räumlichkeit zu erschaffen. Und das Mittel der Wahl ist diesmal Kontrast. Helle Dinge, die vor dunklen Dingen liegen, sehen deswegen so aus, weil eine Helligkeit räumlich uns näher kommt. Und je stärker ich den Kontrast mache, desto unruhiger, desto stärker sind die Kontraste hier, desto stärker ist auch die Raumwirkung, als ui, da ist ein Objekt, dann noch ein Objekt, dann noch ein Objekt. Und das gibt uns die Illusion von treppenweiser, unruhiger Tiefe. So. Und hier hat es sich jetzt so ziemlich mit Spiegelbild vom Schiff, das gebe ich zu, dafür muss aber Gischt an das Schiff schlagen. Das heißt, wenn wir jetzt hier ein Schiff noch reinsetzen wollen, suche ich mir wieder aus, hinter welchem Wellenberg möchte ich das Schiff setzen. Dann solltet ihr bei diesem Seegang das Schiff ruhig etwas schräg anlegen, im Sinne von, es tanzt auf den Wellen. Dann solltet ihr bei diesem Seegang das Schiff sein. Jetzt dürfen die Segel sich unregelmäßig bauschen. Sie dürfen also auch flattern, weil der Wind ja nicht, aber vielleicht gar so viel flattern, hallo, sag mal, weil der Wind ja jetzt unregelmäßig von verschiedenen Seiten weht und an den Segeln zerrt. Es darf auch mal ein Seil reißen, das ist natürlich höchst gefährlich, wenn sowas passiert, aber es darf, wenn das ein extremerer Sturm ist, gerne auch mal ein Seil gerissen sein. Ähm, so. Aber trotz allem fehlt hier noch was. Ja, es fehlt immer noch so ein bisschen die dramatische Einbindung. Das sieht jetzt aus, als würde dieses Schiff einigermaßen ruhig da vor sich hinschippern, während eigentlich im Wasser die Hölle losbricht. So, und das heißt, ich brauche die Einbindung in den Sturm, indem Gischt an allen möglichen Stellen spritzt. Vor allem natürlich vorne am Schiff, aber auch an den Flanken. Und es darf auch eine Welle gegen das Schiff krachen, von hinten, die halt zu schnell kommt. So, jetzt habe ich hier doch weiß genommen, das knallt ziemlich rein, sorry. Und ja, ich darf natürlich auch an der Stelle, selbstverständlich, die Gegend vor dem Schiff nochmal ein bisschen dunkler machen. Das bildet das Schiff dann ganz gut ein. Ähm, und ist quasi so ein bisschen wie ein Spiegelbild, auch wenn eigentlich wir hier keine Spiegelbilder mehr haben. Aber es fängt dann trotzdem das Bild gut ein. So, und ja, vielleicht ist das zu viel in den Segeln drin, aber es geht ja jetzt gerade um das Wasser. Ja, bei den Windgeschwindigkeiten muss das Wasser so ein bisschen reinhauen. Also, sonst, äh, hat das ja keinen Rauch hier. Ähm, Donny schreibt ab, einen großen Seegang würde in den Siegeln treffen. Wahrscheinlich. Ich denke mal, die sind da gerade dabei, dabei ist ihnen das Seil ausgekommen, das Tau ausgekommen. Ja. Und Andreas meint, dass die große Welle von... Hochzeit, äh, da sind die Wellen, blau, dunkel, schwarz, blau und blau, schaumfohlen. Und da sitzen wir bloß mit dem Übergang. Ja, mit dem Siegeln war aber in Japan ja nicht so. Die Japaner hatten Segelschiffe, ähm, das hatten die sehr wohl, aber er ist relativ spät. Und das war auch relativ umstritten, äh, weil der Punkt war, dass sie da von den Portugiesen, glaube ich, sich haben Ratschläge geben lassen. Und das war ja hochgradig umstritten, der Austausch von Informationen mit den Barbaren, ja. Ähm, genau. Ja, also, ähm, noch mehr Seegang und ich empfehle in der Tat, äh, sich Hoxais, äh, Dings, äh, berühmte große Welle anzuschauen. Das ist gut, dass Andreas die bringt, die ist immer ein hervorragendes Beispiel für, äh, starken Seegang, weil das echt um einen Strom geht. Ähm, aber das ist so das, was ich bisher gebraucht habe. Ähm, ich hoffe, dass das schon mal was hilft. Ähm, gibt es noch andere Wasserkörper, über die du gerne mehr wüsstest, Donny? Weil jetzt waren wir beim Meer, ich denke, das sind so die wichtigsten drei Stufen von, äh, Seegang, über die wir da gesprochen haben jetzt, ähm, oder gibt es noch ganz konkrete Fragen? Ich meine, ich kann ja auch schnell nachrecherchieren, wenn das ist. Äh, ja, von der Universität schon mal schon, aber das ist, wie er schon selber meint, waren wir die chinesischen. Ja. Ja, ja, es ist ja, wir sind ja mit einer gewissen Zeitverzögerung gegenüber den anderen. Ja, super, danke. Okay, ihr Lieben, wir haben noch eine Stunde. Ähm, jetzt ist die Frage, was will noch irgendjemand haben? Louis, von dir haben wir heute außer Hai noch gar nichts gehört. Ähm, gibt es was, was du brauchst? Oder, ich weiß ja gar nicht, Andreas, gibt es von dir irgendeinen Wunsch? Ja, wenn du schon da bist und wir uns nicht so einfach sehen können, gibt es denn wenigstens was, wo wir dir vielleicht weiterhelfen können. Ich habe schon noch eine gute Frage. Ja, mache ich gleich nachher, danke. Das hängt jetzt natürlich auch ein bisschen vom Wetter ab. Ein bisschen, ja, da ist mir. Ja, das wird so. Ich weiß nicht, dass ich den ganzen Menschen nicht so einfach bin. Das wird so. Ich weiß nicht. Okay, Louis fragt nach Sci-Fi-Helmen. Wir sind heute wirklich am Tag der Kopfbedeckungen. Ja, und ansonsten noch Zeit, bis dann an sich an Deck brechende Wellen. Sich an Deck brechende Wellen. Okay, gut, in Ordnung, das schauen wir uns doch mal an. Wir machen das kurz noch zum Wasser und dann machen wir Louis' Helme. Okay, ich werde mal kurz ein bisschen was recherchieren dazu. Okay, also gehe ich recht in der Annahme, dass es so ein Wellen gibt, die über die Rewing drüber spülen und dann... Hier steht, wir können uns allenfalls eine sich an Deck brechende Welle anziehen. Allenfalls. Okay, gut. Also, ich habe hier ein Bild gefunden, das trifft es ganz gut und ich werde mal schauen, ob wir das irgendwie treffen können. Keine Ahnung, aber ich habe es noch nie probiert, ja. Es ist neu. Neu finde ich gut. So, und dann kümmern wir uns um Cypher-Helme. Okay, wir legen uns bei starkem Seegang mal das Schiff irgendwie schräg, ne? Vielleicht nicht gar so schräg, aber zumindest irgendwie schräg. Okay, so. Das, was nun passiert, ist... So, dann machen wir es. So, und... Ja, das Tür zu. So. Ja, okay. Also. Das Schwierigste an dieser Sache ist, dass wir ja weiß gar nicht gut zeichnen können, ja? Wir machen erst mal eine kurze Vorskitz, um zu kapieren, was passiert und dann überlegen wir uns, wie wir das lösen können. Es kommt Wasser hier rüber gespritzt, löst sich in Schaum auf, das ist das Brechen, ja, und schwappt als Schaumgekrüssel über Deck. Das ist das grobe Layout, das wir hier haben. Dabei spritzt es aber auch relativ schnell und das heißt, es wird an einigen Stellen sich auch ziemlich auflösen. Ähm, in kleine Spritzer-Dinge und die sind immer kacke zum Zeichnen. Ähm, warum sind die so schrecklich? Weil sie der 30%-Regel ganz derbel widersprechen. Ein kleines Tröpfchen, das ich mit einer dicken Linie umgebe, ist nie weiß. Ich muss mir also dazu was einfallen lassen. So, und wenn ich das mit Bleistift machen soll, ähm, ha, schwierig. Ähm, ich würde an dieser Stelle fast zu einem... Trick raten, wenn es mit Bleistift gehen soll, ähm, den ich von einer Schülerin gesehen habe, die hat mit Uhu-Tröpfchen aufs Blatt gemacht und dann drüber schraffiert. Und dort wo der Uhu ist, hält dann der, äh, der Bleistift nicht. Das heißt, du kannst das Deck dunkler machen und quasi, äh, echte Tropfen da haben, ähm, wo du die Tropfen haben willst. Das fand ich ganz lustig. Die andere Methode, die ich gerne benutze, ist, ähm, man nehme sehr dünnes Deckweiß, angewischt mit Wasser, nehme einen Pinsel, ich habe einen sehr kleinen dafür genommen, nehme einen Bleistift, ähm, und schlage den Pinsel gegen den Bleistift in der Richtung, in der die Spritzer sind. Auf die Art habe ich die Sterne in dem 100 Seiten Star Wars Comic gemacht. Ähm, sehen toll aus. Ähm, hat sich, also echt gelohnt und die meisten davon waren wirklich Pünktchen und keine langgezogenen Tropfen. So, also wir wissen jetzt ungefähr, was passiert, jetzt schauen wir, wie wir es zeichnen können. Ähm, hier ist es so, ich würde für das Überschwappen einen, äh, Mischeffekt zwischen Strähnig und Wellig nehmen, sodass das quasi mehrere Schichten sind, die übereinander da herumwellen. Und ich habe es jetzt in die rote Ebene gepackt, ähm, das wollte ich natürlich nicht, zeichnen wir es nochmal nach. So, jetzt. Gut, das Wasser ist an der Stelle fast durchsichtig, das heißt, wir können Teile von der, äh, Reeling durchsehen, unregelmäßig, und deuten damit an, dass das immer noch eine leicht durchsichtige Qualität hat. So, und jetzt beginnt der Horror, weil jetzt ist das, wo wir, ähm, das Ganze brechen müssen, in Schaum. Und persönlich mache ich das wie mit Wölkchen. Ganz wichtig ist, hier auf gar keinen Fall Linien durchziehen. Ja? Unter keinen, wie auch immer, gearteten Umständen. Und die Tendenz geht hinzu, stell dir eine Hand vor, die auf dich zu zeigt. Die Spritzer müssen von der Welle weg an Bord spritzen. Und müssen dann zu Schaumkronen werden, die als Schaum über Bord, über das, das Deck schwappen, ja? Ganz kurz, äh, nicht wundern, wenn das Bild gleich schwarz wird. Ich stoppe den Stream ganz kurz auf meinem PC. Das wird nichts an dem Stream auf YouTube ändern. Ihr müsst bloß kurz hier eine Pause machen. Das dauert eine Minute. Wir sind gleich wieder da. Das wird eigentlich jetzt gut. Ja. Ein bisschen besser. Ein bisschen besser. Gut. Hi, wir sind wieder da. Ich hab ein bisschen weiter gemacht. Wir sind gleich wieder da. Das ist perfekt. Jetzt sind wir wieder da. Hi, wir sind wieder da. Ich hab ein bisschen weiter gemacht. Und mach jetzt gerade eben. Ja, jetzt gesetzt wenig. Ja, wunderbar. Gut so. Drumherum dunkler, damit wir die Gischt hell kriegen. Und ganz leicht geben wir der Welle an den Stellen, wo sie strömt. Und dann können wir hier an den Stellen, wo sie strömt. über das Deck schwappen. Quasi Welle um Welle um Welle um Welle. Und mit dem, denke ich, kann man sich erst mal zufrieden geben. Ich glaub, dass das, oder? Was meinst du noch immer? Ja, hier ist der erste Donut. Wow. Wir haben italienisches Gebäck im Haus. Na ja, noch ist es nicht fertig. Es ist gebacken. Es ist frittiert. Es ist frittiert. Muss es jetzt noch gebacken werden? Nein. Dann ist doch fertig. Also klar, du kannst noch dekorieren und so, aber... Ich hoffe, dass das hier ein bisschen eine Inspiration gibt. Und dann machen wir jetzt noch ein bisschen Helme. So. So. Für die Älteren unter uns, wenn ich heute schon irgendwie Bock habe, den Workshops jetzt Titel zu geben, die Jüngeren werden es nicht mehr kennen, glaub ich fast. Kennst du das noch, Karina? War das nicht irgendwie ein Verkehrsding? Ja. Ja doch, das kenn ich noch. So. Natürlich hieß das damals anders. Es ging um eine Figur, die habe ich noch als Puppe kennengelernt und ihr kennt sie vielleicht, als ihr noch klein wart, als Zeichentrickfigur. Es sah aus wie ein Zahnpastamännchen oder ein Zahn mit einem Motorradhelm. Ich habe nie verstanden, was die Figur sollte. Ich fand ihn immer doof. Aber ich habe heute jetzt irgendwie gerade Bock gehabt, Titel zu geben. So. Also. Ähm. Ja. Was können wir dazu sagen? Ähm. Fangen wir mal damit an. Ein Helm hat grundsätzlich erstmal natürlich äh, einen Kopf zu bedecken und es gilt Formed Follows Function. Äh, deswegen zeichne ich zuerst mal einen Helm. Über einen Kopf. Sorry. Ich probiere gerade eben den Donut. Ja, ist die flüssig. Andreas musste irgendwann mal seine Versuche zeigen. Mhm. Ähm. Er findet den Versuch nicht schlecht. Es ist bloß nicht das geworden, was er wollte. Du kannst jederzeit mir natürlich E-Mail schicken, alter Freund. Du weißt meine E-Mail-Adresse. Ich habe Speicherplatz frei gemacht. Ich kann bis zu, keine Ahnung, 10, 15 Megabyte momentan empfangen. Ähm. Ansonsten, ähm, in der Einladungs-Mail haben wir einen Upload-Link, ähm, euch mitgeschickt. Da kannst du Bilder auch hochladen und mir einfach die Links schicken. Dann schaue ich sie mir gerne an. So. Okay. Form Follows Function. Was ist die Funktion? Das hängt jetzt immer ein bisschen ab. Die erste Funktion eines Helms ist natürlich, den Kopf zu schützen, auf dem sie sitzt. Ähm. Da wir bei Sci-Fi-Helmen sind, müssen wir auch bedenken, manchmal ist auch die Funktion eines Helms eine Zusammengehörigkeit, zum Beispiel zu irgendeiner militärischen Einrichtung oder sowas, oder einer Crew, zu bedeuten. Und wir haben verschiedene Spezies. Das heißt, es geht also auch darum, ein Design zu haben, das sich vielleicht auch verschiedene Formen so weit übertragen lässt, dass man trotzdem eine Einheitlichkeit erkennt. Und was sollen sie noch? Sie sollen natürlich Leben unterstützen. Das heißt, man muss sehen können, hören können, man muss atmen können. Alles das sind wichtige Funktionen, die der Helm haben soll. Wenn ich mir die Stormtrooper in Star Wars anschaue, muss ich sagen, sind deren alte Helme in jeder dieser Beziehungen nutzlos. Die Schauspieler waren blind in ihnen, sie haben keine Luft gekriegt. Luke Skywalker sagt sogar im Film, er kann in dem Ding nichts sehen. und deswegen schießen wir auch immer daneben und wenn sie erschossen werden, schützt der Helm sie an den Dreck und wenn man sie an den Helmen gegeneinander klopft, fallen sie sofort in Ohnmacht. Wenn mir das nicht mal passiert, wenn man das macht, wenn ich keinen Helm aufhabe. Also diese Helme sind eine Schande. Wir wollen also was Gescheites produzieren. In den meisten Fällen sind Sci-Fi-Helme so, dass man das Gesicht der Person darunter nicht erkennt, wenn es die Schurken sind. Wenn es die Helden sind, erkennt man meistens das Gesicht. Warum? Weil ich die Helden auseinanderhalten kann. Ja, so richtig. So heißt es. Ich wollte meinerseits nicht in den in den Urheberrechtskonflikt geraten und so. Ja, vollkommen richtig. Ja, um diese Figur geht es. Und ich hattest eine Hörspielkassette damit. Du hattest eine Hörspielkassette damit. Der Fug. Ich meine, wer macht sowas und warum? Ja, von der Maus gab es auch Hörspiele. Ja, von der Maus ist das irgendwo noch nachvollziehbar, weil da kenne ich wenigstens zwei Stimmen. Nur nicht die von der Maus und dem Elefanten, aber zumindest doch die von den Sprechern aus der Maus. Okay. Also, zurück zu unserem Ding. Gerade wenn wir Science-Fiction machen mit Schauspielern, die wir teuer bezahlen, wollen wir normalerweise ihre Gesichter sehen. So, und was heißt das? Das heißt umgekehrt, dass wir Helden nicht in Uniformen packen können, bei denen die Sci-Fi-Helme kein Gesicht erkennbar machen. Das heißt, die guten Kerle haben aus Kostengründen normalerweise ein Gesicht draußen. Wann ist das nicht? Power Rangers. Hi, Matthias. Wenn du das irgendwann mal siehst. Die Power Rangers haben das deswegen nicht, weil die Schauspieler nicht in den Kostümen stecken normalerweise, sondern ihre Stunt-Dubbles da drin stecken. Und das darf man ja nicht sehen. Aber die Power Rangers haben auch jeder eine unterschiedliche Farbkodierung oder teilweise sogar ein ganz anderes Kostüm gehabt. Ganz am Anfang sahen die jeder individuell aus, dann ist er sogar keine Uniform. Uniformen mit verschiedenen Farben sind auch eher so Partner-Look, Themen-Look, aber nicht wirklich eine Uniform. Also, die Frage ist dann, was wir mit dem Helm erreichen wollen. Versuchen wir mal verschiedene Typen. Beginnen wir also mit einem Sci-Fi-Helm, der irgendwie einen menschlichen Kopf schützen soll, gleichzeitig das Gesicht erkennbar machen. Wenn ich ein riesen Plexiglas-Ding da davor mache, muss ich aber schon erklären, warum das noch einen Schutz darstellen soll. Also würde ich Folgendes vorschlagen. Wir suchen einen Kompromiss. Wir suchen etwas, das gerade so viel vom Gesicht frei lässt, wie wir brauchen, um die Leute eindeutig zu erkennen. Und das ist nur ein T-Bereich. Ist das hier überhaupt eine neue Ebene? Nein, ich habe wieder nicht eine neue Ebene gemacht. So, ein T-Bereich um die Augen herum und den Mund. Muss ich den Mund unbedingt machen? Naja, wenn ich will, dass meine Figuren irgendwie eine andere Emotion zeigen können als Mut, dann vielleicht. Wäre das gar nicht so blöd. Ansonsten so sparsam wie möglich. Diese T-förmige Schlitz kann aber auch zu einem einheitlichen Design führen, das ich haben will. So, der Helm sollte nie zu dick sein, sonst ist der nicht zeitweil genug. Ich meine, Motorradhelme können wir immer. ja, ähm, 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 so, er wird vage die Form des menschlichen Kopfs behalten. So, muss er, das ist eine wichtige Frage, ähm, muss dieser Helm in der Lage sein, windschnittig zu sein? Hängt davon ab, je nach Story. Ähm, was ich euch versichern kann, ist, dass viele Helme, die wir in Sci-Fi gesehen haben, siehe eben Stormtrooper und Co., völliger Quatsch sind, weil sie für den Einsatz auf irgendwelchen Planeten gedacht sind, aber dann eben einen Windwiderstand haben, wo ich sage, boah, ab Windstärke 8 fällt der Typ um. Ähm, und kann auch nicht mehr ankämpfen gegen irgendwas. So, also, hier drinnen werde ich ein Gesicht irgendwie halbwegs erkennbar haben. Ähm, so, fangen wir mal damit an, dass das Ding eine gewisse Dicke kriegt, innen auch mit erkennbarer Folsterung, wenn wir schon einen Gesichtswisor haben. Wie wir das machen, dass das ein durchsichtiger Visor bleibt, ist relativ easy. ähm, ich mach das hier gerade mal mit multiplizieren. Ihr legt eine Farbe drüber und lasst ein Glanzlicht offen. tada, vielleicht auch ein zweites Glanzlicht rein, wenn man es gerne übertreiben möchte. Jetzt ist das hinter einer Platte. so, ähm, so, ähm, also, ich erkenne eine Polsterung drin, indem ich eine Innenwandstärke mache. äh, ich finde sowas cool, wenn man das hat, weil das wenigstens betont, dass man irgendwie, äh, 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 einen Schutz wollte, als man das Ding gebaut hat, so Cosplay-Helme, ähm, die nur dafür gebaut sind, dass die Leute drin nicht schwitzen, ähm, oder nicht mehr als notwendig, äh, äh, wollen wir ja nicht. Wir wollen hier glaubhaftes Zeug. So, was können wir noch brauchen? Ähm, ähm, Zeifer-Helme sollten irgendwie die Möglichkeit haben, äh, sich selbstständig in Teilen zu öffnen, weil das einfach cooler ist, als wenn sie es nicht können. Und ich bin jetzt auf der falschen Ebene gelandet gewesen. So. Und das heißt, wir kriegen irgendwelche Linien drauf, die andeuten, wo das Ding nachher aufklappen kann, oder so. Ähm, hier ist immer die Frage nach, wenn es dann offen ist, wie sieht das denn aus vom Design her? Nun, darüber können wir uns dann immer noch Gedanken machen, ähm, wenn wir es tatsächlich mal aufklappen würden. Aber ja, auf jeden Fall im Auge behalten, ganz lange gerade Linien sind sehr, sehr langweilig. Und die wollen wir nicht wirklich, haben, äh, weil Design. Was haben wir noch? Design ist zu 80% Wiederholung, 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 wenn wir uns daran erinnern. Und, das heißt, wenn wir eine bestimmte Linie mal festgelegt haben, können wir sie wiederholen. Ich habe hier eine T-Unterbodenlinie festgelegt und sie in abgeschwächter Form hier oben im Helm wiederholt. So, was können wir noch machen? Kurven verschlanken das Design und lohnen sich daher immer irgendwie zu haben. Technik hat meistens irgendwelche unnützen kleinen Noppen, äh, gerade im Comic-Bereich, ja, ist gerne die Lochplatte, ähm, ein total gefragtes Design-Element, wobei das sicher nicht unbedingt das Hilfreichste ist, aber irgendwo außen mal so ein kleines bisschen was anzudeuten, parallele Linie, die nach Luftschlitzen aussehen, oder kleine Löchlein, ähm, lohnt sich oft. Ähm, so, und was brauchen wir noch? Wir brauchen die Möglichkeit, dass sich Dinge ausklappen können, wie zum Beispiel Lampen, etc., pp. Äh, das heißt, auch hier deuten wir noch irgendwelche kleinen Klappen an und können dann nachher da was ausfahren lassen. Ähm, so, und jetzt ist mir das Design noch ein bisschen zu langweilig, weil alles so rund ist und dann kommen wir sehr, sehr schnell in den Verdacht, oh, das ist hier nur ein abgekupferter Iron Man. Gerade auch, weil dieses T-Muster hier bei ihm ja in ähnlicher Form auch drin ist. Und deswegen werden wir jetzt was tun, was von diesem Ding abweicht. Und zwar überlegen wir uns, zusätzliche Teile anzuflanschen, die wir vielleicht auch später als Design-Elemente brauchen können, wenn es darum geht, andere Spezies dann in einem einheitlichen Look unterzubringen. So zum Beispiel. Eine von hinten nach vorne laufende Linie, und was können wir da draus machen? Wir können hier oben zum Beispiel eine Reihe Scheinwerferchen draus machen und dann ist das, was hier ausklappt hat, was anderes. Dann ist das kein Scheinwerfer. So, und, äh, jetzt haben wir doch schon mal irgendwie so ein Grunddesign, von dem aus man zum Beispiel anfangen könnte. Natürlich gibt es viele, viele andere, ähm, aber ihr versteht, wie ich vorgehe. Form follows Function ist immer das Wichtigste, ja, und die Funktion hat zwei Ebenen. Es gibt die Funktion in der Geschichte und es gibt die Funktion bezüglich des Lesers. Die Figur wiedererkennbar machen, die Figur aber auch zu einem Team gehören zu lassen, ähm, sind so Dinge, die gehören da dazu. Aber ich würde immer zuerst die in der Weltlogik betrachten und mir nachher Gedanken darüber machen, was das bedeutet. Wenn zum Beispiel es keine Möglichkeit gibt, weil alle Designs schon irgendwo schon mal waren, die Helden noch so zu machen, dass man sie auseinanderhalten kann, ähm, das heißt, die Helden sind alle verwechselbar, dann muss ich mir dringend für den Comic überlegen, was hat das für diese Welt für Konsequenzen. Das war zum Beispiel ein Problem für die Clone Wars in Star Wars, wo sie dann gemeint haben, sie wollen unbedingt ein Team von geklonten Soldaten in identischen Rüstungen zu einer, äh, Hauptfigurenriege irgendwie machen, so Nebenhauptfiguren. Ja, ähm, ja, wie mache ich das? Ja, erstmal gar nicht, weil die sehen einfach auf jedem Lärm gleich aus und dann haben sie angefangen, sie im Wesentlichen zu Punks zu machen. Die kriegen also verschiedene Frisuren, wobei, also, dann hier Tattoos dazukommen und was weiß ich, äh, wie das halt so ist im Militär, ja, und, äh, dann haben sie kleine Änderungen an ihren Uniformen, äh, die kein anderer hat, sondern nur die. Äh, warum man ausgerechnet diese Individualisten zugelassen hat als die Top, äh, Eliteeinheit, egal, ja, völlig egal, erstmal hat man sie da. So, ähm, gut, jetzt habe ich diesen Helm und jetzt geht es für mich um die Frage, kann ich innerhalb von Sci-Fi diesen Helm mit diesem Design, ähm, irgendwie, äh, ja, weiß nicht, ummünzen auf eine andere Spezies, ja, und, äh, das machen wir jetzt einfach mal so, dass ich mir den hier merke, halt den mal in die Nähe, damit ich die Details nicht immer wieder nachblättern muss, so, und wir belegen mal ein anderes Alien. muss hier nicht das Alien aus dem Alien-Film sein oder so, aber wir könnten zum Beispiel ein liegendes Ei als Grundkopf haben, so wie das halt bei Hunden und Katzen zum Beispiel ist. So, und an dem messe ich jetzt, wie gut ist mein Design. Nehmen wir auch an, wenn wir schon bei Hunden und Katzen sind, dass meine Kreatur in der Tat noch Ohren hat, die aufgestellt gehören. So, und jetzt wollen wir denselben Helm da drauf legen. Okay, fangen wir an. Ich habe hier sicherlich irgendwo Augen, die aber vielleicht auch mehr an der Seite liegen, wie das bei Hunden und Katzen halt so ist. Ich werde vorne irgendwo ein Maul haben. Und dann habe ich das vorgelagerte Kinn dort. Und plötzlich ist diese kleine Kasten für mich interessant geworden, den ich bei dem anderen vorne ans Kinn gemacht habe, weil er hier jetzt als betonteres Kinn eine Art Schutz darstellt an einem sonst sehr exponierten Maul. So, dann habe ich eine Linie hier hoch. Und was habe ich noch? Ich habe den Kasten mit den Lichtern und stelle fest, haha, in dem kann ich auch bequem die Ohren unterbringen, wenn ich das möchte. Dafür ist halt jetzt hier die T-Klappe ein bisschen kleiner geworden und das Ausklappding sitzt direkt hier. So, und wir machen die Polsterung rein und die Schallmörder noch drauf. Und es ist geglückt. Dieses ist dasselbe Grunddesign, die Schallmörder noch so auf einem anderen Kopf und das heißt, das wäre jetzt für mich zum Beispiel so ein Design, für den ich sage, ja, würde ich nehmen würde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit nehmen so, und da geht hier nun der Nacken normalerweise nach hinten weg statt nach unten, wie das halt so ist mit Katzen und ich kann dasselbe Grunddesign sehr gut übertragen die beiden gehören definitiv zur selben Truppe sind aber auch deutlich am Umriss unterscheidbar und damit habe ich eine Teamzugehörigkeit kann die Figuren unterscheiden, kann ihre Gesichtsausdrücke erkennen viel mehr kann ich mir eigentlich gar nicht wünschen von einem Helmdesign so, wenn es um Helden geht wenn es um Schurken geht, ist die Sache anders warum sind Schurkenhelme normalerweise so, dass ich die Schauspieler darunter nicht erkennen kann das liegt an der einfachen Überlegung, dass einen Menschen zu töten, den ich sehen kann das lässt die Helden nicht gut aussehen aus dem Grund wurde zum Beispiel in allen Fernsehserien der 80er und teilweise der 90er Jahre gerade für Kinder, so Zeichentricks sehen, wurden dann laufend Roboter draus also, während die Ninja Turtles in den Comics gegen echte Menschen kämpfen ist der Foot Clan in der Zeichentrickserie normalerweise bestehend aus Robotern die man dann verprügelt und dann fallen die auch immer in Stücke und man sieht Kabel rausragen und so gerade auch, wenn dann irgendwann die den Kopf verlieren, damit man sieht dass da auch wirklich keine Cyborgs oder sowas sind die also wenigstens noch ein menschliches Gehirn haben, sondern es sind komplette Roboter weil Roboter zerstören gilt als pädagogisch nicht bedenklich so, und deswegen glauben auch ganz viele Leute zum Beispiel, die Stormtrooper seien, Roboter aber da ist das nicht so bei Roboter kann man nicht K.O. schlagen so, aber wir können auf jeden Fall uns jetzt überlegen was kann ich auf der anderen Seite also so für typische Schurkenhelme machen so, Schurken sollten nicht zu individuell sein ihre Anführer dürfen andere Uniformen tragen und die Uniformen passen dann auch nicht notwendigerweise zu den Fußsoldaten was nämlich dann so ein bisschen die die Schurken als wie drücke ich das aus, heuchlerisch entlarvt insofern als ihre Anführer glauben schon an Individualismus aber sie erklären ihren Leuten was anderes und deswegen sind sie nicht ehrlich und deswegen sind sie böse so, und dann schaue ich mir halt an was da der Fehler dann ist in Star Wars ich bleibe weiter dabei in Star Wars, das Imperium hat Recht und die Rebellen sind religiöse Fanatiker die in Regierungsanrichtungen die ein böser Typ missbraucht in die Luft jagen und hunderttausende unschuldige Leute töten die einfach nur rekrutiert wurden und dachten cool, macht mein Militär mit das ist wie wenn wir eingezogen werden bei der Bundeswehr und dann versenkt jemand von unseren eigenen Leuten, die wir eigentlich beschützen sollen unser U-Boot und wir sterben da unten alle einen grässlichen Tod und dann sollte ich ihnen auch noch zujubeln und sagen habt ihr richtig gemacht ne, klappt nicht so und woran merkt man das? das merkt man daran, dass das Imperium an sich nicht heuchlerisch funktioniert bis am Ende sich herausstellt, dass der Obermords von ihm ein religiöser Irrer ist ich mein Darth Vader ist offensichtlich ein ziviler Berater ne, der ist nicht Teil des Militärs er ist ein Lord und hat keinen Rang ähm, also von daher zählt er nicht aber der Kaiser, der Imperator über dem allen äh, ja gut, andererseits muss der auch nicht unbedingt den militärischen Rang bekleiden ne, also das ist, ja, schwierig aber letzten Endes ist das Imperium nicht heuchlerisch genug dass ich gegen sie sein kann und äh, jetzt wollen wir also schauen wie können wir jetzt möglichst Helme machen die die Helden nicht als Bösewichte erscheinen lassen wenn sie diese Leute töten dazu gehört ganz oft, dass äh, in diese Helme eine Form von Bosheit hineingelegt wird und das ist quasi ihre Hauptfunktion und außerhalb der Story ich muss als Leser erkennen können auf einen Blick, dass das die Bösen sind ähm, aber ansonsten erfüllen sie dieselben Grundfunktionen wie für die Helden auch Schutz, Atmung und so weiter und so fort ähm, aber die Option, man muss ihr Gesicht sehen äh, ist nicht notwendig das heißt, wir können ihnen bessere Schutzfunktionen geben wir können nämlich statt einer blöden Glasplatte was Vernünftiges vorne hin machen so, dann wollen wir mal sehen und da das die Schurken sind blicken wir natürlich in die andere Richtung H so jetzt ist mir theoretisch gesehen auch vollkommen egal wo ihre Augen sind warum? naja, die können zum Beispiel auch Kameras haben oder sie könnten auch ganz ohne Augen sein weil der Punkt ist, äh, die Anwesenheit von äh, Gesichtsausdrücken auch von der Position von Augen würde sie schon wieder menschlicher wirken lassen und das ist ja genau das, was wir nicht wollen dementsprechend ordentlicher Schutz vorne drauf anonymisiert ja, dann denken wir doch einfach mal nach über eine dicke, fette Platte und ihr werdet feststellen, ganz viele Bösewichte haben diese langen, schwarzen Platten die sind aber meistens dann durchsichtig für die Schauspieler und so dass die da durchsehen können ähm, die Orville hat uns einen Roboter gegeben mit einer silbernen Gesichtsplatte durch die der Schauspieler von innen gut durchsehen kann äh, klasse Sache das echt starkes Design ähm, nur ist die Serie auf Deutsch leider kaum zu ertragen weil die Synchro so scheiße ist äh, deswegen die Orville gerne mal auf Englisch anschauen ähm, da ist die super so, was brauchen wir noch wir brauchen das Ganze ein bisschen, ja äh, schmieriger ähm, das heißt hier schmierig das heißt für mich persönlich ist es so ich habe sehr schlechte Erfahrungen gehabt mit Leuten äh, mit gegelten Haaren vor allem so nach hinten rüber und so so, und ähm das können wir hier natürlich simulieren wir können ihnen so einen Nackenschutz geben ähm so, und was noch ähm wir wollen sie nicht zu elegant haben als wir Kinder waren oder diejenigen von uns, die noch Kinder sind die Kinder, die gemein zu einem sind sind meistens groß und stark und um groß und stark zu erscheinen sollten sie, das hatten wir schon immer einen dicken Hals haben äh, wenn ihr hier was sehen wollt wie gutes Design an der Stelle aussieht seht euch den ursprünglichen Tron an ähm da haben die Leute die für die Bösen als Wachen arbeiten da so ein kleines Gesicht in einem echt dicken Klotz von einem Hals ähm super Sache das, ja äh, funktioniert total unpersönlich ähm, selbst wenn man ihr Gesicht noch sieht das heißt also wir könnten hier zum Beispiel so ein Teil drüber machen so und ich werde jetzt mal Abstand davon nehmen, dass das hier wieder so eine Visorplatte ist durch die man äh durchsieht in dem sie schwarzes Plastik ist finde ich irgendwie langweilig ich würde die tatsächlich einfach glatt lassen wie eine Art wie eine Art polierte Metallplatte weil im Comic müssen wir uns über Spiegelungen keine Sorgen machen Filme haben das Problem mit Spiegelungen was haben die für ein Problem mit Spiegelungen? und man muss aufpassen, dass sich die Kamera nicht drin spiegelt aber wir sind hier im Comic und im Comic gibt es keine Kamera und das heißt, wenn ich es will mache ich es der Verfilmung meines Stoffes schwerer indem ich Dinge mache, die die nicht können so was sollten sie noch? sie sollten auf jeden Fall eine bedrohliche Dinge darstellen und das heißt sie sollten, wenn wir schon bei Comics sind etwas können, was normalerweise niemand kann und was die Helden auch nicht haben sie müssen eine Bedrohung darstellen indem sie ihnen technisch überlegen sind und wie könnte ich das hinkriegen? schwebende Teile Dinge, die gar nicht mit der Rüstung verbunden sind und irgendwie gemein und hässlich aussehen zum Beispiel fliegende Schusswaffen, die an Schweineschnauzen erinnern so wie gesagt mit dem Hinweis die Teile schweben ja sind an keiner Stelle verbunden mit der Figur sind aber Teil des Helms das heißt, wenn der Kopf sich dreht kommen die Dinger mit so wie kriege ich das Ding noch irgendwie gemein? Details, die Individualität versprechen soll es nicht geben ähm ähm unpersönlich genug das könnte genau dieser Hals nicht sein eigentlich das heißt, was wir brauchen ist wir brauchen noch irgendwelche Servomotorendinger ähm und Donnie in der Arbeit haben wir auch so eine Platte berufssüchtig ja ja genau, weil ihr seid die Guten eure Gesichter darf man sehen Donnie ja ja in der Arbeit habt ihr so Faceplatten ja das ist mir schon bewusst ja ähm aber ihr seid die Guten man kann euer Gesicht sehen wenn sie die verkromen oh dann müsst ihr aufpassen dann werdet ihr gerade eben rekrutiert für die Bösen so ähm wie können wir das noch machen dass das noch ein bisschen technischer aussieht ähm was können wir denn hier noch machen noch irgendwie sich so überlagernde Metallplatten hin oder sowas ähm und das zum Beispiel hier auch an die Seite mal Wiederholung mal Wiederholung ist gut für die Seite so jetzt hat das noch was Reptilienartiges an sich irgendwie und ähm kann sich natürlich überlegen dass das auch mehrere Teile sind noch so und zuletzt machen wir das Design möglichst irgendwie noch kantig indem wir zusätzliche Rillen reinbauen die es vielleicht gar nicht braucht aber die wirken dann immer aggressiv so und äh das hier wirkt jetzt ehrlich gesagt nicht mehr besonders heldenhaft ja äh warum nun wenn zu viel Rüstung dran ist äh dann ist das feige weil der geht ja kein Risiko mehr ein die Helden die leichte gepanzert sind äh wirken natürlich heldenhafter ja deswegen äh He-Man Kaunin der Barbar äh so gut wie gar nichts am Leib aber stellen sich Typen die Kettenhemden Panzerplatten äh Skeletor weil Skeletor obwohl der Muskeln hat nochmal was äh von vornherein klar ist er ist viel schwächer als Niemannes Donny ist sich nicht so sicher ob sie wirklich die Guten sind und ihr seid die Guten ihr seid die Guten Donny ja Donny ihr seid die Guten weil ähm ihr werdet schlecht behandelt die Bösen werden gut behandelt ist doch immer so den Bösen Leuten schiebt man alles in den Hintern rein und deswegen sage ich ja auch die Stormtrooper können gar nicht die Bösen sein denen geht's nicht gut genug denen geht's relativ dreckig die Leute denen es gut geht da finden wir mehr unter den Bösen so also das sind meine zwei grundsätzlichen Überlegungen ähm zu Schurkenhelmen und guten Helmen ähm gibt's da noch Fragen Louis spezifischer Art wie ich dich irgendwie weiterbringen kann ähm sieht aus wie ein Schurkenhemmer ich würde den nicht als Bösewicht nehmen äh erst als Gute nehmen äh sieht aus wie ein Schurkenhemmer sieht aus wie ein Schurkenhemmer ich würde den nicht als Bösewicht nehmen erst als Gute nehmen ja sieht aus wie ein Igel Overlord aus dem Weltall ähm ähm sehr sehr gerne sehr gerne Louis immer gerne ähm je mehr du fragst desto mehr kann ich dir helfen ähm und das geht natürlich auch für alle anderen da draußen äh die sich das hier vielleicht irgendwann anschauen äh ich weiß ja nicht ob ihr vielleicht irgendwie doch mal Zeit habt direkt im Workshop live dabei zu sein anstatt es später anzuschauen äh ihr merkt wir gehen auf Fragen ein so gut das geht und wenn der Stream gut läuft dann halten wir das auch drei Stunden durch und dann macht das alles auch Spaß und mir selber auch mehr Spaß ähm mir geht es jetzt tatsächlich wieder gut wie das halt auch immer so ist vorher war es mir gar nicht so gut äh weil es mit der Kamera nicht funktionieren wollte und ich dachte ich tue euch was Gutes wenn ich sie vorher aufnehme weil wir dann den Film garantiert live online haben und ihr garantiert was seht weil es mir unglaublich leid tut und euch hängen zu lassen wenn wir dann irgendwann am Freitag keinen Workshop haben was mich zu folgenden Punkt bringt wenn das Wetter gut bleibt und die Spielplätze hier jetzt geöffnet werden können wir weil Alessi ja schon gefragt hat gerne mal einen Anlauf versuchen einen Probe-Workshop zu machen im Freien ähm Pasinger Fabrik hat erstmal zu und es bleibt dort soweit ich das verstanden habe ähm Mini München Mini München wird nicht stattfinden außer online oder vielleicht mit ganz kleinen Präsenzstellen wo dann zwei oder drei Kinder rein können und ein bisschen was mitnehmen und zu Hause basteln oder so ähm heißt für uns natürlich äh wir haben trotzdem Mithilfe angeboten ähm falls irgendwie Erklärfilmchen oder sowas für online gebraucht werden weil daran sind wir ja jetzt viel besser geworden ähm aber nochmal zurück zum Thema Workshop bei mir im Westpark ähm das heißt also äh äh wieder wo wir uns früher teilweise im Sommer getroffen haben gibt es ein Amphitheater das war gesperrt zusammen mit allen äh Spielplätzen und dieses Amphitheater hat einen so großen Durchmesser ähm dass man mühelos 10, 15 Leute dort unterbringt ähm die sich aus dem Weg gehen können mit 1,50 Meter Abstand und wenn wir alle irgendwie Zeichenunterlagen mitbringen ich hab noch ein paar Platten übrig und wenn ihr irgendwie Blöcke mitnehmt oder so dann kann ich noch versuchen einen Flipchart zu organisieren und dann könnten wir dort mal probehalber wieder einen Workshop im Freien machen ich sage nicht, dass wir den gleich nächste Woche machen weil ich möchte erstmal sehen wie Feedback ist ob überhaupt Leute sagen ja sie kommen da hin auch wenn das vielleicht ein bisschen blöd zu erreichen ist wobei der Westpark ist nicht wirklich blöd zu erreichen die U-Bahn-Station äh ist Holzapfelkreuz und von da aus ist es vielleicht 10 Minuten zu laufen und mit dem Bus äh es ist halt hier bei mir an der Ammerseestraße und äh man kann dann äh relativ easy reinfahren äh ist halt ein kleines Stückchen ähm oder fast direkt davor liegt die Trambahn-Haltestelle Stegener Weg äh und die ist fast direkt am Eingang es ist nämlich ganz nahe am Wirtshaus Rosengarten den könnt ihr auch mal googeln und das würde ich dann nochmal rechtzeitig ansagen und wir würden das machen mit Voranmeldung ähm weil wir wissen müssen wer kommt ähm und weil wir sicherstellen müssen dass wir dann für Notfälle irgendwie genug Masken oder sonst was da haben ähm und äh kann natürlich sein dass wir dort Laufkundschaft kriegen wenn wir da plötzlich einen Workshop machen dass dann irgendwelche Leute sagen Ui was macht denn jeder äh aber es ist das was ich euch anbieten kann ähm ich würde mich darüber freuen wenn Leute dazu Meinung beziehen indem sie mir bitte irgendwie E-Mail schreiben äh an entweder info at worldofcomics.de oder an meine E-Mail-Adresse oder an Karinas E-Mail-Adresse oder einfach im Chat eine Nachricht hinterlassen die bleiben da auch stehen oder ihr schickt mir eine SMS oder ihr ruft mich an wir haben so viele Kontaktmöglichkeiten euch mitgeteilt und genau also das was wir halt noch uns überlegen müssen ist ob wir das wirklich als Freitags Workshop machen weil ähm die Leute die nicht kommen können hätten dann in der Woche quasi keinen Workshop wenn wir die Kamera wieder zum Laufen kriegen können wir natürlich das Ding aufnehmen und dann später online stellen dann können die Leute quasi äh äh den Workshop mitmachen und mit der Kamera quasi also würden sie mich filmen und wir würden mal einen Schwenk machen äh das können wir natürlich belegen aber dann wäre es immer noch nicht Freitag live das heißt wir könnten uns eher vorstellen dass wir das mal an einem Sonntag machen äh und dann filmen wir es wenn wir können und stellen das zusätzlich online ähm und machen aber den Freitags Workshop trotzdem und schauen mal wie das insgesamt anläuft und da würde ich mich wie gesagt freuen wenn von jedem der da Interesse hat irgendwie vorher Feedback kommt weil ansonsten ist es eine Schnapsidee und ich lasse es einfach bleiben und Andreas kommt noch eine Frage Andreas hat noch eine Frage Kummel was hat Andreas für eine Frage? ähm ähm ja Silversurfer äh da ist nur den Witz in dem Pendel das ähm das Europa gespielt hat hat man ähm hat tatsächlich in seinem Gesicht nur die Rückseite der Karten gespielt nicht die Vorderseite aha und Andreas fragt ob er das hier manipulieren kann das ist durchaus möglich dass der Silversurfer manipulieren kann was er in seinem äh in seinem Silber spiegelt aber ich höre davon zum ersten Mal äh der Silversurfer ist in den in den Comics auch nicht Chromsilbern äh in dem Sinne dass sich da jemals Dinge drin spiegeln sondern er hat ja immer bloß das äh schwarz blau weiße Metall äh das heißt er erinnert mich eher an ein an ein silber verkromtes also nicht verkromtes sondern ein matt silber lackiertes Auto ähm aber dass der Silversurfer die Möglichkeit hätte Dinge anzuzeigen ich glaube nein also mir wäre diese Kraft nicht bekannt ähm äh das ist das eine und das andere ist wenn er das könnte so oft wie er sich darüber ärgert der Silversurfer zu sein dann würde er doch einfach außen eine Haut einblenden wie man sieht und sich einen Anzug überwerfen und sich falsche Ohren ankleben und eine Perücke aufsetzen und unter den Menschen wandeln das macht er aber nicht äh deswegen gehe ich mal davon aus ähm dass der Silversurfer eher Folgendes gemacht hat er wird die Karten manipuliert haben mit zum Beispiel polarisiertem Licht oder so die Power Cosmic die er hat ist hier mega mächtig das heißt statt dass er das Spiegelbild in sich manipuliert wird er das Licht das die Karten zurückwerfen so manipuliert haben dass man in der Reflexion auf seiner Haut tatsächlich ein falsches Bild sieht davon würde ich ausgehen zumindest würde ich als Autor es so schreiben ähm aber ich glaube nicht dass seine Haut ein Monitor ist auf den er einblenden kann was er will wär lustig aber dann hätte man denke ich damit schon viel viel mehr gespielt und warum meine ich dass der Silversurfer nicht spiegelt wenn der Silversurfer wirklich Chromsilbern wäre dann wäre er im Weltall nicht silbern sondern schwarz mit weißen Punkten er wäre ja überhaupt nicht zu sehen eine spiegelnde Vogel im All würde vor allem den Himmel spiegeln und damit wäre er so gut wie unsichtbar und da das aber nicht passiert muss er eher etwas milchig-weißes an sich haben ähm und deswegen meine ich es erinnert mehr an ein äh an ein Auto mit mit mattsilbernen Bezug und die Filme also der Film in dem er vorkam äh hat es völlig falsch gemacht äh also da wird er ja da ist er ja selber mattsilbern das wäre ja okay gewesen da ist das auch ein Gummianzug den ein Schauspieler trägt und dann wird er überzogen von einer chromsilbernen Substanz aus seinem Surfboard wobei das Surfboard hier böse ist äh was irgendwie überhaupt keinen Sinn hat aber egal äh jedenfalls müsste dieses Ding wenn es ihn überzieht natürlich den Himmel spiegeln und das passiert nicht und äh das ist für mich so ein bisschen so ja hm dann ist er halt nicht Silber ja dann ist das halt irgendwas anderes es ist eine Art leuchtendes Metall keine Ahnung vielleicht ist das Mitril Silber das was die Zwerge im Herrn der Ringe benutzen was warm ist und leuchtet und äh dann sind halt lauter Orks also ich weiß es nicht also Donnie hat gestillen mit der Schnapsidee ich bin dem Vorschlag gut und das sollte für alle Macht sein Schauen wir mal ja was die Familie dazu sagt ne ja genau es hängt natürlich immer gerade auch bei den Kindern davon ab ob die Familie sagt ja klar geh hin beweg dich ein bisschen an der frischen Luft aber äh ich denke auch dass das mal an einem Sonntag zu machen äh eine Idee ist dauerhaft möchte ich das nicht machen ähm weil A ihr müsst hier immer noch herfahren und die die öffentlichen Verkehrsmittel sind mir immer noch nicht sicher genug ähm ich sag das jetzt mal ganz offen ja es wird überall geöffnet nein ich bin nicht der Ansicht dass das die klügste aller klugen Ideen ist momentan steigen die Fallzahlen und wir machen auf ähm das ist eine blöde Idee äh deswegen gilt natürlich wer nicht draußen sein muss sollte doppelt und dreifach vorsichtig sein ich möchte gerne dass wenn das hier alles vorbei ist nicht noch mehr Rockler krank geworden sind mir reichen schon zwei ja ähm und ich hoffe dass die anderen alle gesund sind die von denen man nix hört ja ähm also von daher seid vorsichtig ähm schaut euch einfach mal nur die Fakten an keine Argumente sondern schaut euch die Fakten an wie mehr und mehr Leute krank werden und überlegt euch ob ihr welche davon sein wollt oder nicht äh ich persönlich möchte nicht bei denen die krank geworden sind die zwei die ging's auch richtig scheiße ja und äh wenn ich nochmal höre es ist ja bloß eine Grippe Leute ihr habt alle noch nicht eine echte Grippe gehabt richtig ich hatte mal einen mit 16 nicht schön nein die echte Grippe ist fürchterlich und lebensbedrohlich und wenn es heißt nicht schlimmer als dann verwechseln diese Leute immer den Schnupfen mit der Grippe der Schnupfen ist aber nur ein sogenannter grippaler Infekt weil er zu einer ähnlichen Gruppe von Viren gehört aber es sind halt andere und äh ja also seid bitte einfach vorsichtig da draußen ähm und äh wir schauen mal was irgendwie vertretbar ist werden wir machen damit wir alle uns wiedersehen ähm wenn ich irgendwas sonst für euch tun kann bitte lasst es mich wissen gerade auch diejenigen von euch die jetzt diesen ganz seltsamen Schulunterricht haben äh wenn ihr Dinge erklärt braucht ich mache ja jede Menge Videos äh zu allen möglichen Nachhilfethemen ich versuche auch hinterher zu kommen die zu beschriften ähm und ich mache auch die ohne Ton so dass sie selbsterklärend sind überwiegend indem ich Dinge dazu schreibe also äh wenn ihr da was braucht bitte meldet euch ihr sitzt an einer guten Quelle so viele Schulfächer wie bei mir auf einem Fleck kriegt man selten ähm und die Videos kosten ja auch niemanden was außer mich halt Zeit ja ich möchte vor allem dass es euch allen maximal gut geht das ist das weswegen ich überhaupt da bin ja im Moment kosten sonst deine Speicherkarten ja das mit den Speicherkarten kriegen wir vielleicht wieder hin aber wir werden überlegen was wir da machen können irgendwas wird uns auch da einfallen ähm wir arbeiten dran ja wir arbeiten mit Hochdruck daran moderner zu werden wir probieren es jetzt mal mit einem neuen Gerät aus das wir haben und wir schauen mal ob wir von dem die Daten leichter runter kriegen können und wenn das alles funktioniert dann yay gut okay dann wünsche ich euch jetzt eine wunderschöne gesunde Woche und wir können wieder hören spätestens dann ich schau mal was wir irgendwie machen können denn die Uhrzeit ist erlaubt und äh Stream gut läuft mache ich vielleicht ein paar Sachen live äh was ich bisher nicht aufnehmen konnte und so äh Geschichte mit Schrecken möchte ich gerne noch ein paar machen oder Märchenstunde oder so wir werden mal sehen ja die Let's Plays und Bustelvideos laufen eh nicht so gut ähm von daher wird dieser Captain America noch ein bisschen warten müssen ich spiele gerade eben mit dem hier in meiner Hand mit dem Knaben äh aber wenn ich ihn nicht abfilmen kann hat das alles keinen Sinn so und damit macht es wie hier genießt so viel wie ihr genießen könnt aber mit Verantwortung und Vorsicht ja ja nicht alle gleich in die Innenstadt rennen bitte nein ja es ist nicht viel los da draußen wir werden jetzt unsererseits versuchen ein bisschen was zu feiern unser Restaurant macht jetzt den Lieferbetrieb auf die werden also nicht unser Restaurant das wir machen unser Lieblingsrestaurant wo wir unsere Familien feiern und so abhalten ähm wir werden jetzt die unterstützen indem wir uns von denen das holen werden und äh überlegt auch darüber mal wie könnt ihr anderen vielleicht eine Freude machen das baut auch irrsinnig auf alles klar in dem Sinn Toi 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 bleibt gesund Ciao Ciao Euer Sama Ciao